Habe ich mir halt überlegt, okay, ich könnte jetzt halt auch so einen Standardtext schreiben, ja, ich bin verletzt, aber ja, habe mich da halt fürs Video entschieden, weil es mir auch eigentlich dann so einfacher gefallen ist und wie es mir halt auch ging, also zwischen Diagnose und dem Video, halt die ersten Tage habe ich halt dann auch mal geschaut, okay, wer hatte schon mal was ähnliches und da hat es mir ehrlich gesagt halt auch geholfen, wenn die halt da offen darüber gesprochen haben oder jetzt schaue ich halt noch manchmal, okay, wie sind die halt dann zurückgekommen oder was haben die gemacht, wenn die da halt einfach offen sind, finde ich halt immer selber cool. Und deswegen hoffe ich halt, dass ich da, ja, zeige halt, dass sowas halt dazugehört und dass halt nicht einfach nur alles gut läuft und da finde ich es halt cooler, wenn man das auch halt die Seiten, die halt leider ja dazugehören, halt auch einfach offen kommuniziert, statt da irgendwie ein großes Geheimnis draus zu machen oder immer nur dann was postet, wenn es halt gerade gut läuft. Ja, starke und ehrliche Worte von Profitriathlet Mika Not, die er hier mit uns teilt und genau da zoomen wir jetzt mal in die nächsten 90 Minuten näher rein. Also erstmal von mir, hi und herzlich willkommen zurück beim Wartes Los Interview Podcast. Mein Name ist Sören und ich treffe mich hier in Staffel 1 mit 10 Profisportlerinnen und Insidern aus der deutschen Drehenden Szene, um mal so richtig in deren Alltagsmomente, Kopfkino und Ziele rein zu zoomen. Und vielleicht auch mal die ein oder andere Perspektive zu ergattern, die bisher auf Social Media und Co. noch nicht gezeigt wurden. Ja, also in dieser achten Folge gibt es ein Novum und zwar ist die eigentlich gar nicht geplant gewesen, aber dann hatte ich Mikas Instagram Post mit der Bekanntgabe seines Knochenmark-Ödyms gesehen und dachte mir einfach, oh man krass, da muss man eigentlich mal näher rein zoomen. Und ich glaube, ich kann jetzt schon mal vorwegnehmen, dass das ein echt spannendes Gespräch war und trotz der Blockbuster-Länge ein kurzweiliger Talk. Und wir dann so vor uns hergeplaudert haben und ich dann irgendwann so meinte, ja komm, wir starten einfach mal mit der Aufnahme. Und zu Beginn wollte ich nochmal genau darauf eingehen und ich hatte ihm dann so zum Anfang beschrieben, in welcher Situation ich dieses Video mir angeschaut hatte. Und vielleicht kennst du das auch, dass man so etwas im Alltag sieht, man ist so vollkommen in seinem Routine-Tonus drin und dann macht es auf einmal so bam. Man sieht halt irgendwas Außergewöhnliches, was Krasses und gerade so in diesem Kontext mit der Verletzung, wenn halt jemand sowas announced, dann können glaube ich gerade wir Athletinnen und Athleten da uns sehr gut einfühlen. Und ja, Mika schildert hier einfach nochmal seine Gedanken zu diesem Video und wir sprechen auch darüber, was man hätte verhindern oder vielleicht besser machen können. Stichwort Trainingsload, präventive Maßnahmen und wie er den Prozess mental für sich auch verarbeitet. Und es geht natürlich auch noch um ein paar andere Sachen, nicht nur um die Verletzung. Stichwort Switch zur Mitteldistanz, der auch kein endgültiger bisher sein muss, was vielleicht auch für die Konkurrenz spannend sein könnte. Wir haben uns mal Mikas Stärken- und Schwächenprofil angeschaut. Also viel Spaß jetzt beim Talk mit Mika. Ja, für mich war es auf jeden Fall auch gerade davor halt erstmal eine ziemlich schwere Zeit. Also ich hatte es dann halt ein paar Tage vorher eben die Diagnose bekommen, was es dann tatsächlich halt gerade ist. Und ja, dann wollte ich natürlich jetzt nicht sofort, also mir war eigentlich direkt klar so, okay, ich muss das ja irgendwie öffentlich machen. Und ja, wollte aber jetzt natürlich nicht noch am gleichen Tag oder am nächsten Tag das rausholen, sondern musste mich auch selber erstmal sortieren. Das auschecken, wie schlimm ist es jetzt wirklich, was bedeutet es, mit ein paar Leuten sprechen. Habe da halt erstmal nur mit meinem wirklich engsten Umfeld halt das kommuniziert. Und dann natürlich auch zuerst an die Sponsoren, mit denen das kommuniziert, weil die sollten das ja im besten Fall nicht halt dann über so ein Instagram-Video halt dann erfahren, sondern halt schon vorher. Ja, aber ja, auch schon deren Reaktion hat mir oder mich halt eigentlich dann in der Idee halt bestärkt, es dann als Video zu machen, weil die auch alle echt, ja, was heißt positiv reagiert haben. Ist natürlich relativ, aber ja, mir da halt wirklich überhaupt keinen Druck gemacht haben, halt auch Hilfe angeboten haben. Ja, und dann war es jetzt ja leider so, auch vor St. George zum Beispiel, dass da ja einige Leute halt abgesagt haben, aufgrund, ja, Verletzungen, Krankheiten und so. Und da fand ich es halt auch einfach als Fan cool, halt einfach, wenn das die Athleten halt so offen kommuniziert haben und jetzt nicht groß ein Geheimnis draus gemacht haben oder so rumgedruckst haben. Ja, dann dachte ich mir halt, das finde ich cool, wenn es andere so machen und dann, wieso soll es nicht halt auch so machen. Und dann war halt, habe ich mir halt überlegt, okay, ich könnte jetzt halt so einen Standard irgendwie, Standardtext schreiben. Ja, ich bin verletzt, aber ja, habe mich da fürs Video entschieden, weil es mir auch eigentlich dann so einfacher gefallen ist, als einfach nur so einen Text halt zu schreiben. So konnte ich es noch ein bisschen ausholen. Ja, habe mir halt gedacht, okay, wen es nicht interessiert, der kann ja auch einfach nur kurz den Text halt drunter schreiben, wo ich halt das kurz zusammengefasst habe. Aber anscheinend hat es doch ein paar Leute halt interessiert, dass sie noch genaueres wissen wollten. Und wie es mir halt auch ging, also zwischen Diagnose und dem Video, halt die ersten Tage habe ich halt dann auch mal geschaut, okay, wer hatte schon mal was ähnliches. Und da hat es mir ehrlich gesagt halt auch geholfen, wenn die halt da offen darüber gesprochen haben. Und da jetzt schaue ich halt noch manchmal, okay, wie sind die halt dann zurückgekommen oder was haben die gemacht, wenn die da halt einfach offen sind, finde ich halt immer selber cool. Und deswegen hoffe ich halt, dass ich da, ja gut, was heißt anerhelfen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber zumindest halt einfach, ja, zeig halt, dass sowas halt dazugehört. Und dass halt nicht einfach nur alles gut läuft. Und da finde ich es halt cooler, wenn man das auch halt die Seiten, die halt leider ja dazugehören, halt auch einfach offen kommuniziert, statt da irgendwie ein großes Geheimnis draus zu machen. Oder immer nur dann was postet, wenn es halt gerade gut läuft. Ja, war ja auch, wie du schon gerade sagtest, krasses Feedback und natürlich auch Anteilnahme. Ja, du hast ja da schon auch, ja, lass uns gleich nochmal vielleicht so, Stichwort vielleicht Learnings oder wie auch immer, wenn man das ausdrücken möchte, nochmal kurz drüber reden. Aber du hast ja dann auch in dem Video von so diesen drei Punkten gesprochen und die schon mal so skizziert. Also das eben, klar, also was ist jetzt so die Ursache vielleicht gewesen, da kannst du es ja auch noch nicht ganz so deuten. Das fand ich halt gut, wie du das auch so strukturiert hast, dann nur das Mentale und dann, klar, musst du auch irgendwie so, was passiert jetzt so Reha-technisch. Jetzt sind wir ein paar Wochen weiter, du warst ja auch gerade, kannst du auch gerne mal erzählen, jetzt in Hamburg. Hast du da bei den drei Punkten für dich schon so Klarheit schaffen können oder ein bisschen mehr Klarheit schaffen können? Ja, ja, also so viel Klarheit, denke ich, wie gerade halt noch geht. Also zur Diagnose erstmal, da hat auch tatsächlich halt das Video wirklich geholfen, dass einfach daraufhin mir dann noch Leute geschrieben haben, noch Hilfe angeboten haben, irgendwie Kontakte hergestellt haben. Ja, so konnte ich jetzt auch nochmal wirklich Experten, die auch tatsächlich halt im Sport sind oder sich im Sport gut auskennen, darüber eben sprechen, weil es ist natürlich schon nochmal was anderes, ob man jetzt zu einem ganz normalen Orthopäden geht, der sonst mit hauptsächlich irgendwie, weiß ich nicht, Kniehüfte bei 60-Jährigen zu tun hat oder halt jetzt mit einem jungen Athleten. Klar, der ist natürlich super konservativ, was ja auch jetzt gar kein Vorwurf sein soll. Ich meine, an seiner Stelle würde ich jetzt ja auch nicht sagen, ja, guck mal, dass du möglichst schnell wieder reinkommst, sondern er sagt natürlich, ja, mach einfach erstmal zwei, drei Monate gar nichts und dann ist gut so. Aber ja, deswegen war es halt cool, dann da die Möglichkeit zu haben, mit Orthopäden zu sprechen, die sich halt auch im Sport auskennen, ähnliche Fälle schon mal hatten, weil man muss ja auch sagen, das ist jetzt ja nichts Ungewöhnliches. Also gerade auf dem Niveau, denke ich, oder weiß ich, haben das ja leider ziemlich viele und genau, also kam ich dann ja... Kannst du mal beschreiben, was das genau ist? Sorry, dass ich hier gerade reingeredet habe. Also es ist ein Knochenmarxödem im Beckenring, also es ist jetzt nicht so, dass es an einer ganz speziellen Stelle ist, sondern an mehreren Stellen. Das heißt, man umgangssprachlich würde mal sagen, das Becken ist überlastet und Knochenmarxödem sind so, ist quasi die Vorstufe von einem Ermüdungsbruch, dass der Knochen eben schon nachgibt und dadurch dann so Wassereinlagerungen da passieren im Knochen. Und hätte ich jetzt eben dann nicht weitergemacht, wäre es dann wahrscheinlich irgendwann zum Ermüdungsbruch gekommen. Das ist halt so die offizielle Diagnose, aber ist ja natürlich jetzt dann die Frage, wie man das dann genau interpretiert. Das war mir vorher auch echt nicht so klar. Das ist jetzt auch tatsächlich meine erste Verletzung. Also ich hatte die, seitdem ich mit Trier noch angefangen habe, nie Verletzungsprobleme. Vielleicht mal ein, zwei Tage, aber tatsächlich nicht mal so, dass ich mal eine Woche oder zwei Wochen rausnehmen musste. Das kam auch nie vor. Von daher habe ich mich mit sowas halt zum Glück noch nicht beschäftigen müssen. Aber ja, merke jetzt halt einfach, dass es nicht so ist, wie man es eigentlich wünscht oder wie es vielleicht ganz cool wäre, dass einfach so einer sagt, okay, hier ist genau der Plan und genau so läuft es jetzt halt ab. Sondern es ist halt einfach viel letztendlich immer noch Verantwortung, die ich dann übernehmen muss, sage ich mal. Dass ich einfach jetzt, so weit bin ich jetzt noch nicht, aber wenn es dann irgendwann in die Richtung geht, mal wieder alter G laufen, dass man da halt so sagt, okay, wir können jetzt nicht sagen, mach so, dann nächste Woche so viel, dann so und so viel. Sondern es ist halt immer dieses schmerzadaptierte Training dann, dass ich halt wirklich schauen muss, okay, tut es wirklich nicht weh, tut es am Abend danach nicht weh oder am Morgen danach nicht weh. Also ja, so einen genauen Fahrplan, wie es mir ehrlich gesagt auch vorgestellt hatte, dass es so ist, ja, gibt es halt einfach nicht. Und genau, aber auch da ist halt dann, sowas sagt einem halt jetzt auch nicht der klassische Orthopäde, sondern das waren halt wirklich dann die Leute, die halt im Sport dann so drin waren. Also genau, so viel halt zur Diagnose und zum näheren Fahrplan erstmal. Also ja, jetzt konnte ich die letzten Tage und Wochen schwimmen schon wieder ganz gut. Und halt primär Arme, also halt viel mit Pullboy und so ein Band, ja, macht nicht so super viel Spaß, aber ist auf jeden Fall deutlich besser, auch allein für den Kopfschirm, wenn man überhaupt irgendwas machen kann. Und ja, auch das kann man ja als Chance sehen, weil das ist jetzt nicht gerade so meine Stärke, Peddels und Band, aber ja, jetzt wird halt das mal besser und wird dann langfristig sicherlich halt auch nicht schaden, wenn ich das halt dann, wenn ich da jetzt ein paar Sprünge mache. Und ja, genau, Athletik geht auch schon viel für den Oberkörper. Gerade jetzt so die Hilfsmuskeln für die Schulter zum Beispiel, so Antagonisten-Training viel machen kann, was ja auch so Sachen sind, wo man sonst echt nicht so viel Bock drauf hat. Aber auch da ist jetzt halt einfach so, jetzt merkt man einfach, okay, ich bin froh um alles, was ich machen kann und mache das jetzt halt super gern. Und auch das kann man ja auch wieder als Chance sehen, so. Und ja, so probiere ich das halt zu machen. Ja, also wir hatten ja auch gesagt, ich hatte ja mal die Leute gefragt, so ein bisschen wegen Fragen, ob sie dich gerne was fragen wollen würden. Und da hat der eine, das passt gerade ganz gut, auch gemeint, der Kriechler, der sich auf Instagram, um nur mal den Namen zu erwähnen, wie du das regelst, du hast es ja schon angedeutet, du warst jetzt auch beim Facharzt mit, er meinte, wie du es regelst mit zeitnahen Facharztterminen. Weil du hast es schon gesagt, ich stelle mir das echt krass vor, weil du hast eben nicht diesen einen Fahrplan und das ist ja auch mental belastend. Jetzt musst du gucken, okay, was machst du wann, wo musst du hin? Jetzt hast du ja sicherlich schon so einen kleinen Fahrplan auch von denen mitbekommen, wo du jetzt warst. Hast du jetzt schon Termine, die jetzt dann anstehen oder ist es jetzt erstmal, dass du wirklich selber auf dich gestellt bist? Also ich habe einen Termin, der auf jeden Fall schon feststeht, das ist halt das Kontroll-MRT, die Diagnose habe ich eben über ein MRT bekommen, das ist so da der Goldstandard, also über Röntgen sieht man sowas meistens nicht, sei denn es ist schon wirklich extrem, aber so war es ja bei mir zum Glück noch nicht. Von daher habe ich eben das nächste MRT, was dann Ende Juni ist, also ich glaube, das sind dann fünf oder sechs Wochen dazwischen. Da sieht man hoffentlich schon einen Fortschritt. Ganz weg wird es wahrscheinlich noch nicht sein, haben mir auch schon einige gesagt, einfach weil der Knochen ja wirklich ziemlich lange Zeit braucht, aber auch das können dann ja dann die verschiedenen Experten halt wieder interpretieren und halt sagen, okay, das sieht gut aus oder nee, mach doch nochmal ein bisschen langsamer. Also das ist so der nächste wirkliche Fixpunkt, den ich habe. Ja und bis dahin ist wirklich viel einfach dieses Schmerzadaptierte belassen und ja, so der nächste große Schritt für mich ist halt dann, dass ich dann mit dem Radfahren einsteigen kann, wo ich dann eigentlich schon ein ganz gutes Gefühl habe, dass das dann gut gehen wird, aber halt auch erstmal dann werde ich so mit 30 Minuten einsteigen, dann halt gucken am Abend, am Morgen tut es weh und dann halt das einfach so langsam steigern. Aber da zum Beispiel auch viel oder nur erstmal auf dem Rennrad fahren, um halt einfach den Druck nicht so doll aufs Charmein vorne zu haben, was ja auch direkt dann vorne am Beckenring ansetzt, sondern halt eher auf den Sitzbeinhöckern auf dem Rennrad, also ziemlich aufrecht sitzen. Genau, das ist so der nächste große Schritt für mich zusammen mit Aquajoggen dann. Oh, wie Herrn Fodenor. Ja, bin ich mal gespannt, das ist auch das erste Mal, aber zum Glück hat jetzt hier in Darmstadt das Freibad offen. Also ja, ich glaube Spaß machen wird es immer noch nicht groß, aber wenn es dann im Freibad ist, ist es bestimmt ganz cool, noch ein bisschen bräunen. Das ist erträglicher, ja. Ja, und dann ist halt hier echt cool die Möglichkeit zum Alter-G, die habe ich hier am OSP in Frankfurt, was sicherlich halt den Laufeinstieg dann, dass ich dann schon eher mit Laufen einsteigen kann und da auch deutlich geringeres Risiko habe. Aber ja, so um auf die Frage so zurückzukommen, so der wirklich fixe Termin ist eben das zweite Kontroll-MRT und bis dahin habe ich einen groben Fahrplan. Aber ja, vor allem eben dieses schmerzadoptierte Belastung ist da im Vordergrund. Ja, ja. Mir passt gerade auch ganz gut die Frage. Der Camilo hat da gefragt, warst du das jetzt schon vorweggenommen? Du machst dein Oberkörpertraining, darfst dann auch schwimmen und Aquajoggen. Wurde dann dir von dem Arzt dann auch, sage ich mal, wirklich empfohlen, dass du moderate Bewegungen jetzt machen sollst zur Stärkung? Weil da die Frage war halt, ob es eben komplette Ruhestellung vorgegeben ist oder eben moderate Bewegung. Ja, gerade von den Orthopäden, die eben im Sport sind, wird mir wirklich ans Herz gelegt, mich zu bewegen, um einfach so den Stoffwechsel generell bisher am Laufen zu halten, um halt auch andere Strukturen weiterhin zu belasten. Weil ich sage mal, wenn ich jetzt zwei Monate gar nichts machen würde und dann wieder anfangen würde mit Schwimmen zum Beispiel, dann hätte ich wahrscheinlich erst mal Schulterprobleme eine Woche später. Also alles, was geht, schon auf jeden Fall aufrechterhalten. Und ja, das Gleiche eben mit dem Radfahren dann, weil ja auch da zum Beispiel so das Knie, dass das halt einfach dann weiter belastet wird und so. Genau, das wird mir definitiv empfohlen. Aber auch da jetzt nicht dann komplett durchdrehen, also jetzt nicht direkt 50 Kilometer schwimmen pro Woche, weil der Körper ja auch schon eine gewisse Ruhe auch braucht, um so ein Knochen wieder aufzubauen und halt auch viel Energie. Also wenn ich da jetzt da oft in so einem Energiedefizit wäre, weil ich jetzt extreme Umfänge halt machen würde in den anderen Disziplinen, dann wäre das sicherlich halt auch nicht gerade zuträglich für den Knochenaufbau. Also ja, auch da wieder mit gesundem Menschenverstand an die Sache rangehen. Ja, das ist nicht leicht wahrscheinlich. Du hast ja auch in dem Video, und auch der zweite Aspekt war ja das Mentale. Ja, da hast du ja auch so ein bisschen schon drüber so gesprochen, dass eben, ja jetzt, klar, du versuchst halt positiv zu bleiben und so das erstmal kommen zu lassen, loszulassen und dir eben nicht diesen Druck aufzuerlegen. Und da habe ich mich gefragt so, also das wirkt ja schon sehr so, sag ich mal, alles durchdacht, ob du dich schon auch wirklich damit mal vorher schon auseinandergesetzt hast. Nee, habe ich vorher nicht. Generell so Mentaltraining bin ich noch nicht angegangen. Nicht, weil ich jetzt davon nichts halte oder so. Also ich glaube schon, dass man davon durchaus profitieren kann. Aber ja, das war bisher noch nicht halt so einfach auf meiner Agenda. Und da so gerade was das Mentale angeht, muss ich echt sagen, ist hier der Trainer aus Darmstadt, der Benni, also Benni im Knoblauch, echt, echt richtig gut. Also ja, sowas, das kann er wirklich saugut, sowohl für die ganze Gruppe als aber halt auch für einen Individuell, dass er einfach da halt so, ja, einfängt in solchen Situationen, überhaupt keinen Druck macht. Und halt auch, ja, gerade wenn es halt mal nicht gut läuft, echt immer die richtigen Worte findet. Und wir da, ja, halt wirklich ein gutes Verhältnis so haben, gerade eben was das Mentale angeht, dass er mich da gut an die Hand nimmt, wirklich halt, sag ich mal. Das hilft da auf jeden Fall. Und genau so die wichtigen Punkte sind oder waren jetzt wirklich für mich, dieses Loslassen, dass ich jetzt halt nicht sage, okay, ich will dann und dann, oder ich muss jetzt krampfhaft irgendwie die Form aufrechterhalten, sein, sei es im Radfahren oder, oder selbst im Schwimmen so. Da muss ich jetzt halt wirklich einfach so einen Cut machen und sagen, okay, das nächste Rennen ist jetzt eh, eh erst mal nicht in naher Zukunft. Da bringt es jetzt nicht sich deswegen auch noch zu, zu stressen irgendwie und jetzt dauerhaft auf die Zeiten zu gucken, sondern einfach mal halt, ja, bisschen, bisschen loslassen und sich halt die Energie aussparen für, wenn ich dann wieder bei 100 Prozent bin und die Wettkämpfe näher rücken, dass ich dann halt wirklich voll, voll mental da bin. Genau, das, das war halt wirklich wichtig. Und auch da hat mir halt geholfen, da einfach mit anderen Leuten zu sprechen. Das erste Mal, ich gemerkt habe, okay, es ist wirklich, was heißt, es ist nicht so schlimm, aber so im ersten Moment am Tag von der Diagnose und so am Tag danach dachte ich echt, ey, scheiße, das, die Leute so, keiner jetzt glaubt mehr an mich oder so. Aber da, ja, es war, ja, es war schon echt nicht so cool. Aber als ich da schon... Also warte mal, also dachtest du, dass das du das jetzt für dich oder meinst du jetzt wegen der Diagnose, weil die so schlimm ist? Nee, nee, eher für mich. Also ich glaube, das ist halt so ein Ding von Athleten halt, dass man dann mit sich halt immer ziemlich, direkt ziemlich hart halt so ins Gericht geht. Und, ja, aber auch zum Beispiel, als ich ja mit den Sponsoren geredet habe, hat jetzt auch jeder gesagt, ey, gib dir die Zeit, du bist noch jung und sowas. Ja, wie gesagt, Benni, ja, von allen Seiten und auch dann als Reaktion auf das Video nochmal. Auch da hat es mir eigentlich wieder Zeit, dass es, glaube ich, echt eine gute Entscheidung war, weil mir da halt wirklich dann viele geschrieben haben, so, ja, mach dir keinen Stress. Was mir mental extrem geholfen hat, war eben, dass ich schon ein gutes Rennen dieses Jahr hatte. Also ich glaube, wenn ich jetzt so, wenn ich jetzt halt so mit gar nichts dastehen würde, ja, wäre es schon nochmal deutlich härter. Dann würde ich vielleicht noch mehr Sachen jetzt irgendwie hinterfragen. Aber so, ja, so geht es einigermaßen. Ja, also wie gesagt, ja, ich finde das echt klasse, ja, wenn man da wirklich dann auch mit Leuten sich austauschen kann, die vielleicht auch das schon mal erlebt haben. Ich persönlich kann mit der Letzverletzung, muss ich ja sagen, glücklicherweise auch leider gar nichts anfangen. Man hört ja immer so von, ich hatte auch schon irgendwie Schienbeinkantensyndrom und Läuferknie und was es da alles gibt. Oder auch, jetzt ist ja gerade auch leider sehr präsent dieses, ja, die Achillessehne. Und hört man ja auch den einen oder anderen. Und jetzt, es klingt vielleicht so blöd, aber kannst du vielleicht jetzt schon in der relativ kurzen Phase so sagen, was, oder in der Retrospektive jetzt auch vielleicht von den Tipps und so, was man jetzt besser machen hätte können oder hätte man das besser machen können? Oder ist es auch so eine tückische Sache, dass man da jetzt auch nicht so wirklich drauf reagieren hätte können? Du meinst, als... Also, ich glaube, ja, du hattest ja auch mal hier und da schon, ich hatte mir auch den Podcast mit Simon angehört, Muskelmeisterei, und da hattest du nur mal so gemeint, sodass es hier und da so ein bisschen zwickt halt. Ich weiß nicht jetzt, ob es darauf bezogen war, weil oftmals ist es ja so, dass man doch sagt, ja, okay, hier und da haben wir Wehchen. Und, weißt du, also, ob man das irgendwie so ein bisschen dingfest machen kann, weil, wie gesagt, für mich ist die Verletzung halt echt so, boah, ich kann damit gar nichts anfangen. Okay, ja, ja, okay, dann weiß ich, was du meinst. Aus der Sicht würde ich sagen, nee, tatsächlich. Also, die, was ich da bei Simon meinte, das war eher so halt aufs Gesundheit, also auf so krankheitsmäßig bezogen. Also, da hatte ich einfach in der Woche, habe ich mich schon nicht so gut gefühlt und dann wurde ich auch noch dollerkrank, deswegen ich halt Beschütten dann absagen musste. Also, ich glaube, wirklich in der unmittelbaren Zeit vor der Diagnose habe ich schon ganz gut reagiert, dass ich eben ehrlich zu mir selbst war und dann relativ früh die Reißleine gezogen habe. Also, ich hatte eigentlich nur zwei Läufe, wo ich es wirklich gemerkt habe, die Schmerzen dann, weswegen ich dann halt auch beim Orthopäden war. Ich musste auch die zum Beispiel nicht abbrechen, sondern das hat sich einfach nur komisch angefühlt und dann dachte ich, okay, ich lasse jetzt halt lieber abchecken. Also, ich glaube, da hätte ich in der Vergangenheit schon, wäre ich da noch deutlich länger drauf rumgelaufen. Und ja, auch da muss ich halt sagen, bin ich einfach super dankbar, wie schnell es dann alles ging, gerade mit dem Termin fürs MRT, den ich dann auch noch am gleichen Tag bekommen habe. Oh krass, ja. Das ist nicht selbstverständlich. Ja, auf jeden Fall. Und da bin ich mir halt auch echt bewusst, dass da andere Leute oder ich bei anderen Ärzten hätte deutlich länger drauf warten müssen. Und ja, wer weiß halt, was ich dann in der Zeit gemacht hätte und ob es dann nicht wirklich dann vielleicht doch eine Stressreaktion schon oder ein Ermüdungsbruch halt geworden wäre. Also, glaube ich, dass ich da schon da jetzt unmittelbar keine Fehler gemacht habe. Und auch generell, glaube ich, ist Fehler vielleicht in dem Sinne das falsche Wort, weil, ja, wie gesagt, auf dem Niveau, wo ich mich jetzt halt mittlerweile, denke ich, bewege, muss man halt wirklich ziemlich nah ans Limit gehen, um halt dann, ja, halt vorne mitspielen zu können. Was ich jetzt so retrospektiv vielleicht sagen würde, dass ich ja in den, also generell muss man vielleicht noch sagen, dass ich so eine, so ein Knochenmark-Södem, das ist jetzt nicht eine Sache von irgendwie einer Woche, dass ich jetzt sage, okay, eine Woche vorher war irgendwas und deswegen kam das, kam die Stressreaktion, sondern das erschreckt sich über viele, viele Wochen schon vorher und ist ja auch jetzt nicht irgendwas, was Akutes, sondern eben so was Chronisches, immer ein bisschen zu viel und da glaube ich eben, dass ich ein bisschen zu viel Zug auf der direkter angrenzenden Muskulatur hatte, also zum Beispiel so Leistenbereich und sowas, einfach, ja, durch sehr hohe Trainingsvolumen. Dann war ich zum Beispiel vor Gran Canaria drei Wochen auf Mallorca im Trainingslager, wo ich nur das Zeitfahrrad mit, mit, äh, mit hatte, ähm, weil ich halt nur ein Rad mitnehmen konnte und da halt dann Gran Canaria anstand, dachte ich mir, okay, oder ich denke, das war auch die richtige Entscheidung, halt Zeitfahrrad mitzunehmen, einfach halt um sich an die Position zu gewöhnen. Da ist natürlich auch dauerhaft ziemlich, ziemlich großer Druck vorne auf dem Schambein, ähm, einfach der Sitzposition geschuldet, ähm, und in Kombination damit, dass man da halt einfach auf einem kleinen Hotelzimmer ist, ähm, ja, fallen dann so eine Sachen wie vielleicht vor der, oder nach der Einheit mal kurz, äh, durch den oder sowas fällt dann eher mal weg, hab, hab ich jetzt so das, äh, die Erfahrung gemacht, sondern dann gehe ich halt einfach schnell zum Buffet, so, zieh mich um, äh, dusch mich schnell und dann erstmal halt ab zum Buffet, wo ich halt hier zu Hause, wo ja alles an einem Ort ist in meiner Wohnung, dann vielleicht mir halt nochmal eher Zeit genommen hätte für sowas. Ja, also ich glaube, insgesamt sind es halt einfach so viele kleine Sachen, aber jetzt kein, kein krass großer Fehler, die, ja, die halt dann letztendlich zu sowas geführt haben. Man muss auch sagen, dass so allgemeiner Stress sich halt auch auf sowas auswirken kann, also das natürlich jetzt auch wieder nicht als, als die Ursache, ähm, aber hat vielleicht auch so einen kleinen Anteil wieder. Und ja, auch da, äh, für die Zukunft halt einfach, äh, denke ich, noch mehr auf, äh, auf diese kleinen, auf diese kleinen Sachen eben dann achten. Genau, und dann, äh, ja, hoffentlich kommt das dann erstmal, erstmal nicht mehr vor. Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen der Appell, wie man, dass man so ein bisschen blöd sagen will, oder, dass man ja frühzeitig die Reißleine zieht, ähm, gerade bei sowas, was ja auch, ja, sowas Chronischem halt, was sich auch langsam entwickelt und vielleicht auch gar nicht so Schmerzen hat. Also, ich hatte auch schon mal so eine Ohrenentzündung, äh, und das war dann auch nicht schmerzhaft, aber das wurde dann irgendwann eine chronische Ohrenentzündung, äh, und dann, ja, haben ja auch viele Schimmer, habe ich ja dann auch mitbekommen, so, dann hast du halt nicht schwimmen können und dann hast du diese Ohrenstöpsel da bekommen, die du dir anfertigen lassen musst, äh, also, das ist dann irgendwie auch nervig. Also, das ist vielleicht so eine Sache, nicht, dass man da, auch wenn, das ist immer doof, so, nicht, du hast es ja jetzt wirklich vorbildlich, sag ich mal, Lehrbuch auch gemacht, da wirklich, du hast, du musstest ja dann die Einheit nicht mal abbrechen, sozusagen, äh, und dass du dann zum Arzt gegangen bist, dann, äh, äh, wann geht's mit Aquajogging los? Äh, ich leite mir morgen von einem Kumpel den Gürtel, also, ab morgen habe ich einen Aquajogging-Gürtel, äh, ich spreche dann auch morgen nochmal mit einem, äh, Orthopäden, aber ich denke mal, dann werde ich jetzt die Tage einfach mal, einfach mal halt probieren, wie gesagt, ganz, ganz, ganz wehen, äh, ganz kurz erstmal nur einsteigen und dann halt schauen, schauen, wie es ist, aber, ja, ich denke mal, äh, spätestens am Anfang, kommende Woche werde ich da mal, da mal mit einsteigen. Sehr cool, ja, dann geht's, äh, geht's auch wieder mental ein bisschen bergauf. Äh, genau, also, wir wollen nicht zu lange drauf rumreiten, aber ich glaube, es ist doch nochmal interessant und vielleicht auch für den einen oder anderen, äh, da auch nochmal spannend, einfach damit zuzuhören, äh, mir war es so noch nicht so bewusst, so, diese Art von Verletzungen, ähm, aber lass uns mal vielleicht, oder sag mal so, der zweite Grund, warum wahrscheinlich jetzt hier Leute zuhören, ist wahrscheinlich auch jetzt wegen der Vergangenheit, äh, weil du ja schon das ein oder andere Mal in den Schlagzeilen jetzt warst in den Triathlon-Medien. 2021 war ja auch so dein Durchbruchsjahr. Ich hab gehört, der Simon, äh, meinte auch, du bist der Killer auf der Mitteldistanz, hat da so ein bisschen den Schlagwort gegeben. Und was ich auch interessant fand, wenn man mal so ein bisschen bei deinem Instagram-Kanal guckt, unter den, oder da sind auch sehr prominente Kommentatoren dabei, äh, wie zum Beispiel der, der Andi Böcherer, der ja auch, äh, schon irgendwie von Notaktien oder so erzählt hat, die er gerne kaufen wollen würde. Ja, aber um da mal vielleicht so ein bisschen so einzuhaken, also, du hast ja dann auch in den, in den Sablodon, heißt es, glaube ich? Ja. Hast du, das war ja dann so der erste große Sieg, glaube ich, und was ich auch interessant fand, so, du meintest dann, glaube ich, wenn ich das jetzt so richtig noch im Kopf habe, dass du dich da vorher auch so nur so ein paar Wochen auf dem TT so vorbereitet hast, sozusagen. Ja, vielleicht kannst du uns da so mal kurz abholen, also, äh, ich hab das jetzt auch gerade von dem, äh, Justus Nieschlag gehört, der jetzt auch, äh, Furios, dann Kreischchor gewonnen hat und jetzt auch sich mehr oder weniger nur mal ganz kurz drauf gesetzt hat. Ja, also, wie, wie war denn für dich so der, der, der Switch? War das für dich anstrengend oder war das eher so, dass du gesagt hast, ja, ist jetzt keine große Sache eigentlich? Ähm, ja, so würde ich sagen, es ist keine, äh, ich sag mal so, wenn man, äh, wenn man sich damit beschäftigt, ähm, und so die, gerade natürlich sich mit Ernährung gut auskennt, dann im Wettkampf, ich denke, das ist eigentlich so, das, das, mit das Wichtigste halt auf der Mitteldistanz, ähm, dann ist es, äh, rein physiologisch oder rein vom, äh, Training jetzt kein krasser Unterschied oder zumindest ist mir da relativ einfach gefallen, ähm, das umzusetzen, also, es war ganz witzig, ich hatte davor das Wochenende noch in Potsdam, äh, dieses Bundesliga-Rennen, was, was halt zwölf Minuten ging und dann die Woche drauf, das, äh, äh, dann die Mitteldistanz, ähm, also, ja, und beide liefen echt gut, also auch beim, beim Mixed Relay hatte ich noch eine echt richtig gute Laufzeit zum Beispiel, also, ja, ging es anscheinend beides gut, ähm, auch wenn man es jetzt nicht unbedingt denken würde, ähm, ähm, ja, von daher kann ich für mich jetzt nur sagen, dass es jetzt, äh, für mich jetzt kein, kein krasser Switch ist oder kein, kein schwieriger Switch, sage ich mal, klar, ist was komplett anderes, aber, ja, mir fällt es eigentlich immer echt, echt gut, äh, oder echt einfach, auf der anderen Seite sieht man jetzt zum Beispiel auch hier in, auf Gran Canaria, wo der, ja, der, äh, Jonathan Brownlee auch im Start war, dass anscheinend dann halt doch nicht jeder hinkriegt oder es dann vielleicht doch nicht so einfach ist, ähm, und, ja, vielleicht halt dann doch ein bisschen Typsache, genau, aber, ja, so zuletzt Saison, ähm, das war tatsächlich nicht lange im Voraus geplant, also, es war, ähm, entschieden, dass ich starte, habe ich dreieinhalb Wochen vorher, nach, ähm, nach den Finals in Berlin, eigentlich war mein Plan eben im Mai beschütten zu machen, halt einfach mal um Non-Drafting-Rennen zu machen, ähm, mit einem guten Starterfeld und das ist halt leider abgesagt worden wegen Corona und dann hatte ich, ähm, Berlin als, als erstes Rennen und, ähm, hatte dann eben im, das war Anfang Juni und hatte dann so, äh, mir überlegt, okay, der Juli, da habe ich noch nichts, noch nichts groß geplant, entweder mache ich jetzt halt, ähm, einen Europa Cup, ähm, oder halt mal eine Mitteldistanz, weil, äh, am liebsten hätte ich halt nochmal so ein Rennen wie überschütten gehabt, einfach was, was gut besetzt ist, aber das gab's, gab's jetzt Anfang Juli nicht, ähm, und, ja, dann vom Bauchgefühl her hatte ich schon das Gefühl, okay, die Mitteldistanz, das könnte was werden und, ähm, ja, hab dann halt Anfang Juni, wie gesagt, entschieden, das zu machen und, äh, ja, hab dann, hab dann schon noch ein paar spezifische Einheiten gemacht und mich eben vor allem mit Sachen wie Ernährung beschäftigt, ähm, und, ja, halt einfach, äh, wollte ich halt sicher gehen, dass ich jetzt keine dummen, dummen Fehler mache oder, was heißt dummen Fehler oder halt keine, keine Fehler mache, habe geschaut, okay, was haben andere für Fehler gemacht, äh, die ich dann ja nicht mehr machen muss, weil, äh, wie hast du das geschaut, also, ja, guck mal, manche tüfteln da ja, ich sag mal, gefühlt ein halbes Leben lang, äh, und was ja auch, klar, also, es kommen halt immer wieder irgendwie neue, unerwartete Sachen dazu und du hast jetzt irgendwie so gefühlt zwei, drei Wochen Zeit gehabt oder so, also, wie, wie hast du dir da die Information rangeholt? Äh, gut, das war jetzt nicht super aktiv, ich, äh, ja, als Fan einfach so, äh, bin ich ja schon lange vor dem Triathlon und da ziehe ich mir halt eigentlich auch sauviele Interviews oder Podcasts und sowas rein und ja, da kriegt man dann eben sowas mit, wird ja häufig gesagt so, ah ja, hier, an die Kleinigkeit ist schiefgegangen und die Kleinigkeit ist schiefgegangen und da dachte ich mir, okay, wenn das halt was, was, äh, was wird oder was werden soll, dann darf es halt bei mir einfach nicht passieren, ähm, und, äh, ja, äh, ich muss auch sagen, dass ich jetzt vom Typ halt da, ähm, auch sonst schon in der Bundesliga nicht der Typ bin, der irgendwie da groß hektisch ist oder dem so, äh, ja, so kleine Fehler eben passieren, dass ich da eigentlich immer relativ sortiert bin und, ähm, mir das jetzt vielleicht oder wahrscheinlich halt auch auf der Mitteldistanz dann eben noch mehr zugute kommt als auf der, äh, als auf der Kurzdistanz. Und, also, wenn ich das, glaube ich, richtig gehört habe, du meinst dann auch so, dass du im Verlauf dann auch natürlich auch vielleicht auch ein bisschen mit den Erfolgen, aber wahrscheinlich auch gar nicht mal nur den Erfolgen, sondern einfach das, das Tun an sich auf der Mitteldistanz, dass du dann so gemerkt hast, das macht eigentlich auch schon Bock oder vielleicht sogar noch mehr Bock als, wenn wir jetzt mal die Bundesliga nehmen oder Kurzdistanz. Kannst du das so mal kurz uns abholen, was genau das ist, was dich da jetzt dann vielleicht mehr catcht oder erstmal besonders catcht? Ja, also ehrlich gesagt in erster Linie halt einfach, dass ich da besser bin. Also Gewinn macht, äh, Gewinn macht immer mehr Spaß als, als, äh, Zweiter oder Zehnter zu werden. Ähm, also das ist schon, das ist schon ehrlich gesagt einfach das Primäre. Ähm, ähm, und... Absolut legitim, ja. Ja, ähm, ne und dann so, äh, ja mich, äh, mich mit diesen vermeintlichen Kleinigkeiten zu beschäftigen, da so ein bisschen rumzutüfteln, das, das mache ich auch gern. Also, ähm, ich glaube halt, dass man mit sowas auf der Mitteldistanz oder später Langdistanz, glaube ich, nochmal, nochmal deutlich mehr halt einen Unterschied machen kann. Und, ja, das, das liegt mir einfach aus vom Typ her, äh, mich damit zu beschäftigen, eben, wie gesagt, keine, äh, keine Fehler zu machen. Und, ähm, ja, also, äh, auch im Rennen dann, ähm, ist man eben weniger Passagier, weil, äh, auf der Kurzdistanz ist es halt häufig so, dass man einfach nur reagiert und gar nicht groß agieren kann. Ähm, ähm, es sei denn, man ist jetzt extrem überlegen, aber, äh, ja, das gibt's ja heutzutage eigentlich kaum mehr. Gerade dann in internationalen Rennen muss man eigentlich häufig eben, eben irgendwo mitgehen oder sowas. Und das ist halt da, äh, auf den Längendistanzen anders, dass man eben selber Entscheidungen treffen kann und muss, ähm, und das, das finde ich halt auch cool, dass man so eben dann, ähm, ja noch sein Rennen aktiver selber mitgestalten kann, weil wenn ich jetzt auf der Kurzstanz in der Gruppe sitze und merke, okay, ich hab jetzt heute die Überbeine, aber, äh, die Strecke ist komplett flach, dann hilft mir das halt gar nichts, ähm, dann kann ich auch nicht mit irgendeiner, also, man kann dann zwar probieren zu attackieren, aber das wird sehr, sehr sicher nicht klappen, ähm, zerpufft. Man zieht halt die anderen mit, ähm, und ja, auf der Mittelstanz könnte man halt dann so, so eine Situation mal nutzen oder andersrum mal an der Stelle bewusst eben Körner sparen, ruhige Stellen aus, ausnutzen, um sich besser zu verpflegen und all sowas halt, ähm, einfach im Rennen selber noch viel nachzudenken, finde ich eigentlich cool und, äh, ich glaube halt, das ist auch zum Beispiel das, was sich Simon da bezogen hat, äh, mit dem Killer. Also, dass ich halt einfach schaffe eben auf der Mittelstanz, äh, bisher zumindestens hatte ich da eigentlich immer gute Rennen, also ich hatte jetzt vier Mittelstanzen gemacht und die liefen alle echt richtig gut, ähm, und ja, äh, ich glaube jetzt nicht, dass ich da jetzt so rein physiologisch jetzt so über, die Überwerte hab, ähm, oder ich weiß es eigentlich, und, äh, ja, aber ich schaffe es halt, äh, das, was ich halt kann, wirklich, äh, dann immer, ja, ziemlich nah ans Maximum halt auszureizen. Ja, und wahrscheinlich auch einfach konstant immer wieder ein gleiches Level, weil man hört leider so oft dann auch von Athleten, die dann, äh, wahrscheinlich ist es auch wirklich so ein bisschen das Mentale, weil das Mentale ja zum Beispiel dann sich auch auf den Magen auswirkt und wenn du da sagst, du bist da ruhig oder kannst das für dich besser einnorden, und so, dann ist das wahrscheinlich auch schon so ein kleiner, äh, Gamechanger, unter anderem, ähm, ist es dann vielleicht, ich hab mich auch so gefragt, ist es jetzt, wenn man mal weggeht von dem, was dich motiviert, ist es auch so ein Aspekt, was vielleicht so ein bisschen nervig ist, so, weil man so bei Simon jetzt zum Beispiel gehört hat, äh, dass man muss ja schon so viel so rumtingeln, so, nicht, da mal einen Europacup und dann musst du da irgendwie Punkte sammeln, dann musst du aber auch im Kader bleiben, weißt du, äh, ist das auch so ein Aspekt oder ist das eher so, dass du sagst, das gehört dazu und das ist jetzt kein Problem so für mich. Ähm, ich glaub, das ist typabhängig, also, ähm, ich find's so, ich find's schon besser so, wie es halt auf der Mitteldistanz ist, also, dass ich eher weniger Rennen hab und dann aber halt wirklich immer voll, voll abliefern, ja, muss, sag ich mal, also, ist ja klar, wenn ich jetzt fünf Rennen hab, dann sollten jetzt nicht, äh, vier davon in die Hose gehen, aber wenn ich halt zwanzig Rennen hab, äh, und dann die entscheidenden Rennen, äh, oder halt ein paar Rennen abschieße, so, dann, dann ist's auch egal, wenn mal, wenn halt mal einige in die Hose gehen, also, das find ich einmal gut und, äh, auch was, auf was Simon halt auch bezieht, ist so dieses, ähm, ähm, mit der Verantwortung oder mit dem Verband ist, äh, gegen, ähm, so ist ja auf der Kurzdistanz, dass man eben in so einem Verbandssystem ist und auf der Mitteldistanz ist man ja deutlich individueller und, ähm, auch das würde ich jetzt nicht pauschal sagen, ist besser, ähm, auch wenn's von vielen so dargestellt wird, dass sie immer sagen, ah ja, du hast ja alle Freiheiten und so, es kann auch, es gibt auch sicherlich Schattenseiten, dass man halt einfach weniger, ähm, weniger Strukturen hat, in die man eingebunden ist, ähm, also ich war jetzt dieses Jahr zum Beispiel auch, ähm, im Bundeskader, durch ein Bundesleerrennen letztes Jahr in Nürnberg, da war ich Dritter und dadurch war ich jetzt im Bundeskader und konnte eben auch so einen Einblick kriegen und, ähm, ja, also, es gibt sicherlich auch positive Seiten, aber da denke ich halt einfach, dass es auch wieder typabhängig ist, was ist man für ein Typ, ist man jetzt halt selber ziemlich strukturiert und, ähm, beschäftigt sich halt auch gerne mit so organisatorischen Sachen, ähm, oder sagt man, nee, lass mich damit in Ruhe, ich will einfach zum Rennen und dann, ähm, da mein Rennen machen und dann, dann wieder zurück, ohne mich jetzt noch um zig andere Sachen zu kümmern, also klar, die müssen sich auch um einiges noch kümmern, aber jetzt gerade so, ähm, bei den Meisterschaftsrennen zum Beispiel muss man sich zumindest jetzt nicht mehr ums Hotel oder sowas, äh, äh, ja, halt kümmern, also ja, das hat alles sein für und wieder und, ähm, aber darum muss ich sagen, äh, für mich persönlich kann ich wieder sagen, dass da eher dieses mehr Freiheiten haben, ähm, und weniger Verpflichtungen jetzt ist, gefällt mir besser. Ja, ähm, ich mag das auch so mit diesem Rumtüfteln, äh, man hört das ja auch mal wieder in Interviews, gerade der Sebastian Kien ist ja auch ein Fan von, immer mal hier und da eine Info zu droppen und vor allem auch interessant zu sehen, äh, wie marginal dann teilweise die Gains schon sind, was man da alles beachten muss, äh, und, ähm, ja, dann geht's ja dann wirklich auch schon da irgendwie um den Windkanal und, äh, wobei Windkanal ist wahrscheinlich dann eher so für die ganz Großen im Vorwurf behalten, aber Radbahn und so, aber, ähm, was mich einmal noch interessieren würde, Mika, äh, du warst ja wie gesagt jetzt bei Simon zu Gast, ähm, Podcaster und da habt ihr so ein bisschen auch über deine, ja, einfach dein Background gesprochen, wenn wir jetzt uns nochmal so letzte Saison angucken und nachher auch schon wieder das erste Rennen diese Saison, dann hast du da ja echt krass abgeliefert, oder ich dachte mir so, um jetzt vielleicht so der Konkurrenz auch in Zukunft vielleicht so ein bisschen die Chance auch noch zu geben, dass sie auch die schlagen können, dass wir vielleicht mal so ein bisschen dein Stärken, äh, Schwächenprofil durchgehen, mal kurz, wenn du magst, also du hast ja schon gesagt, ich glaube, einer der, der Stärken ist auch einfach, was sehr, sehr wichtig ist auf der Mittel- und Langdistanz ist halt, ja, die Nahrungsaufnahme und Absorption einfach so. Ist es bei dir dann auch so, dass du zum Beispiel auch während des, also am Wettkampftag oder auch davor auch gar nicht so ein Magengrummeln hast, was ja auch ganz, ganz viele Athleten berichten, ich habe es leider auch hier und da mal, ähm, vielleicht weil man dann gerade den Kaffee weglässt, obwohl man den sonst immer trinkt, denke ich mir manchmal auch. Also das, hast du sowas oder ist es dann, dass du sagst, hey, easy? Ähm, nee, sowas habe ich nicht, also, ähm, easy würde ich trotzdem nicht sagen, natürlich bin auch ich angespannt und sowas, aber es wirkt sich jetzt zumindest nicht auf dem Magen auf, aus, ähm, jetzt weder vor noch im Rennen und, ähm, ja, also würde ich voll mitgehen mit dem, was du schon meinst, also dass die Stärke, äh, auf jeden Fall halt so, was ja auf der Langdistanz als vierte Disziplin genannt wird, eben so die Ernährung ist, ähm, Ernährung und vielleicht einfach noch so das taktische Verhalten im Wettkampf, dass das so, ja, sag ich halt mal, die Stärke ist. Jetzt gar nicht so irgendwie jetzt eine krasse Lauf-, Rad- oder Schwimmstärke, sondern dass die halt alle, alle solide sind, ähm, wobei ich da auch schon das Laufen als stärkste Disziplin jetzt einschätzen würde. Ja, die Schwächen... Ja, ich glaube, du bist in, bis in Gran Canaria, glaube ich, äh, 3-12 oder so im Schnitt gerannt, kann das sein? Ja, je nachdem welcher, äh, Zug, Zug, genau, je nachdem welcher, äh, GPS-Uhr man, man vertraut, aber ja, also es war schon echt ein richtig gutes Laufen, aber auch da, glaube ich, liegt es auch viel daran, dass ich einfach, äh, mich auf dem Rad jetzt nicht abgeschossen habe, sondern da, äh, die richtigen Werte getreten habe, jetzt auch nicht rumgebummelt habe, sondern, ähm, ich wollte ja auch schon, dass jetzt... Du hast immerhin Brownlee und, ähm, Brownlee und, äh, Salvesberg auch abkommen. Ja, genau, genau, also, habe ich da, glaube ich, ein... Ja, sind jetzt keine... Ja, definitiv, also, äh, habe ich da, glaube ich, ein gutes, äh, Mittelmaß gefunden, aus schon hart fahren und die halt Mühe machen, aber mich selber jetzt auch nicht zu sehr abschießen, ähm, damit ich halt noch, äh, mein volles Laufpotenzial eben abrufen kann. Genau, was ja auch wieder so in die Richtung taktisches, taktisches Verhalten halt im Rennen, denke ich, würde ich das halt so mit einordnen. Ja, Schwächen, äh, würde ich halt jetzt, äh, auch keine Disziplin an sich vielleicht rausstellen. Vielleicht schwimmen im Becken, also, äh, da ist, da ist so, dass ich im Becken wirklich, äh, deutlich schlechter schwimme als im Freiwasser, so von Zeiten, was natürlich einerseits gut natürlich ist, ich meine, so soll es ja sein, aber kann in den Winter auch ziemlich nerven, wenn man, äh, wenn man da halt einfach, weil ich meine, man schwimmt ja letztendlich 99 Prozent, äh, im Becken und, ähm, und, ähm, auch da musste ich tatsächlich über die Jahre halt einfach lernen, damit halt cool umzugehen und mir zu sagen, ey, es ist jetzt nur das Becken, ist nur Winter, ähm, die, in den Rennen wird das schon wieder klappen und, äh, auch da war Gran Canaria echt richtig gut für, weil da vor die Wochen im Becken war ich jetzt so, es ging, also ich hatte jetzt, ich war jetzt nicht super selbstbewusst vor dem Rennen, was das Schwimmen angeht, ähm, aber, ja, im Rennen war dann das Schwimmen halt echt super, ähm, dass ich da mit Brownian und Halvesberg eben mitschwimmen konnte, die ja auch in der WTS ganz vorne rauskommen, ja, hat mich jetzt einfach nochmal mehr halt darin bestätigt, mir da jetzt, mich da jetzt nicht verrückt machen zu lassen von irgendwelchen Beckenzeiten, vielleicht ist meine größte Schwäche so, so Rollwände und sowas, äh, also, ja, decken schön, wenn es das ist, dann, ja, also, äh, ja, sollte ich jetzt nicht bei irgendeinem Wettkampf mitmachen, wo man auf einer 25-Meter-Bahn schwimmt. Dann, 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 dann wäre natürlich Bushwitten noch wirklich nochmal interessant, äh, das wäre dann, das ist ja dann noch offen sozusagen. Ja, ja. Ja, und dann vielleicht doch so, ja, ich weiß, also das Mentale, wie gesagt, hatten wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen, du hast ja dann auch gesagt, 2020, vielleicht kannst du das ja uns auch nochmal so ein bisschen einordnen, war dein Entwicklungsjahr, wo vielleicht auch manche, ja, weiß ich nicht, einfach erstmal die Motivation noch länger gesucht haben oder eben auch ein bisschen, äh, ich sag's mal, durchgedreht sind im Sinne von, dann wurde hier eine 5-Kilometer-Zeit gejagt und da noch irgendwas Verrücktes gemacht oder so, aber ich glaube, du hast da einfach relativ konstant weiter trainiert, kann das sein? Ja, also, so auf Bestzeitenjagd bin ich gar nicht gegangen, ähm, da, das hat mich auch wirklich überhaupt nicht motiviert, also, ich bin jetzt auch jetzt nicht so der Typ, dass ich jetzt sage, okay, ich hab jetzt richtig Bock auf einen Fünfer war, den rauszuhauen, weil ich mir auch da dann wieder denke, okay, ähm, hilft mir halt gar nichts, wenn ich jetzt eine gute Fünferzeit stehen hab auf der Bahn, wenn ich's dann im Wettkampf nicht abrufen kann, also, äh, bin ich jetzt, bin ich jetzt nicht so der Bestzeitenjäger, ähm, und genau, hab da tatsächlich sehr konstant durchtrainiert, ähm, hab eine so, äh, besondere Einheit mal gemacht, halt, dass ich von Darmstadt nach Wolfsburg gefahren bin mit dem Rad, also, Darmstadt, da wohne ich jetzt her und Wolfsburg, da komm ich her, ähm, und hab das quasi am Geburtstag meiner Mutter gemacht, und sie wusste davon nicht, dass sie nur meine Schwester wusste ist, und dann kam ich halt abends so zur Eisshieler an und hab die überrascht, das war schon echt cool, und das waren halt 400 Kilometer, also schon, schon ein Brett, ähm, aber, äh, ja, macht man manchmal so nebenbei. Aber auch das hat mich jetzt nicht komplett aus dem Leben genommen, weil ich hab halt dann einfach da schon gut geschaut, dass ich jetzt nicht da zu krass draufgedrückt hab, sondern wirklich ruhig gefahren bin, gut verpflegt, und dann muss ich halt ein paar Tage locker machen danach, aber dann ging's auch wieder, also, äh, ja, konnte ich das in das relativ konstant eben mit einbauen, und, ähm, ja, da hat mir, glaub ich, auch geholfen, dass ich, ähm, Ende 290, also 290, hab ich in Wolfsburg noch das Abi gemacht, äh, und hab bis dahin halt zu Hause gewohnt, ganz normal, also, es war jetzt auch keine Sportschule oder sowas, ähm, und bin dann Ende 290 nach Darmstadt gekommen, das heißt, ich war hier noch relativ neu und so, und es war eh noch viel neu, das heißt, ich hatte eigentlich, ähm, generell auch so ein Semester normal an der Uni, äh, in Präsenz, da hab ich auch noch, äh, hab ich auch noch halt erstmal ganz normal studiert, und, ähm, dann kam eben Corona, aber trotzdem war's dann halt so, okay, hier alles, alles noch neu, ist das erste Mal Sommer in Darmstadt und Odenwald, und das ist schon echt schon deutlich cooler, als wenn man aus Wolfsburg kommt, da ist das Radfahren jetzt nicht, ist zwar schön leer und sowas, ähm, aber ist halt, äh, ja, vor allem flach, aber das brauch ich hier in Potsdam ja wahrscheinlich nicht erzählen, ähm, und ja, da ist es halt hier mit, äh, Odenwald schon nochmal deutlich cooler, und, ähm, ja, als es halt losging im März, wurde das Wetter dann hier gut, man muss ja sagen, in der Zeit war das Wetter auch echt ziemlich, äh, ziemlich gut für März, April, Mai und so, ja, dann kam halt auch einfach dadurch so die Motivation, hier einfach die Gegend zu erkunden, generell kann ich mich halt echt gut über sowas motivieren, über, ähm, so neue Strecken erkunden, ähm, coole Strecken fahren, ja, hatte davon da, von daher jetzt nie groß, Großmotivationsprobleme, und hab da ehrlich gesagt auch gar nicht groß, ähm, an Wettkämpfe oder sowas gedacht, oder, ähm, wie gesagt, jetzt an irgendwelche Bestzeiten, so hab mich halt davon freigemacht und gesagt, äh, ich trainiere jetzt einfach, äh, viel und konstant, für irgendwas wird sich schon halt auszahlen, hab das halt mit, äh, dem Erkunden halt von hier, äh, so verbunden, und ich glaub, es war im Nachhinein echt, äh, echt gut, und, äh, ja, von daher hab ich die Zeit, Zeit, äh, so gut es halt dann ging, äh, überbrückt. Ja, total, also um da einmal kurz einzuhaken, also, ich hab das, äh, ein ähnlicher Fron gemacht, äh, ich bin, äh, kannst du aus einer 4, einer 3 machen, äh, ich bin mich auch, äh, ich wohne ja jetzt hier in Potsdam, aber ich komm gebürt, also ne, ich komm gebürtig auf Potsdam, aber hab in Sprenberg gewohnt, ganz lange, das ist so 150 Kilometer roundabout, und bin dann auch früh da los und dann, äh, mittags zu den Großeltern da auch ein bisschen was gegessen und dann wieder zurück und war dann auch abends erst wieder ganz ganz spät abends zurück, weil ich relativ lang gebummelt hab auf der Rückstrecke und dann irgendwie doch zweimal mehr die Tanke mitgenommen hab, aber das hat man halt im Kopf, das war eine, das war eine geile Aktion irgendwie so für, für den Kopf irgendwie so einfach nicht, weil, viel Sinn macht das nicht, aber, ja, aber ich glaub, das ist halt auch, voll, und ich glaub, das ist aber auch nicht zu unterschätzen, halt, was du meinst, so für den Kopf, ähm, also, da denk ich jetzt auch wirklich jedes Mal, wenn ich, äh, nach Wolfsburg fahr, denk ich halt so dran, okay, die Strecke bist du auch schon mal mit dem Auto gefahren und viel, ein Großteil der Strecke verlief auch wirklich parallel zur Autobahn, das heißt, wenn ich dann die Schilder sehe, verbinde ich halt damit dann irgendwas, ähm, und ja, also, äh, das ist auch bis heute eigentlich noch so der, die Fahrt, an die ich mich hab, äh, die hat so die coolste eigentlich war bisher, allein diese Morgenstimmung, ich bin hier um 20 vor 5 losgefahren, ähm, ja, einfach saukoole, äh, coole Stimmung so, und wann halt, wenn ich da, also, ich glaub, äh, ich hätt's jetzt im Nachhinein bereut, wenn ich da dann sowas halt mal nicht gemacht hätte, jetzt würde, hab ich natürlich auch schon mit dem Gedanken gespielt, jetzt könnte ich ja sowas auch machen, jetzt sind ja keine Rennen, aber ich glaub, das wär einmal fürs Becken nicht so gut, ähm, und natürlich auch, äh, kommen ja bald dann, hoffentlich bald dann ja auch wieder Rennen, also, ja, muss ich damit, äh, muss ich mich damit leider noch ein bisschen gedulden, äh, wenn sowas dann mal wieder passt, oder einen Trainer wechseln, so, immer 13 Stunden anhalten. Aber, ähm, was ich nochmal interessant finde, also, du hast ja gesagt, du warst jetzt nicht auf Bestzeitenjagd, jetzt hat man ja, wie gesagt, viele Athleten, Athletinnen gesehen, die dann doch 5 Kilometer, 10 Kilometer, etc., oder auch, ähm, weiß ich nicht, FTP-Test, etc., gemacht haben, war das dann auch so jetzt so eine Vorgabe explizit vom Trainer, dass die jetzt gesagt haben, nee, das ist jetzt zu labormäßig, weil ich jetzt so als Laie, sag ich mal, man beschäftigt sich zwar schon mit der einen oder anderen Trainingswissenschaft, aber ich würde jetzt denken, okay, man sagt ja mal so auf den Unterdistanzen einen Speed entwickeln und dann kann man das irgendwie adaptieren, aber ihr seid da anders rangegangen, nicht, dass man das vielleicht unter Umständen dann nicht so adaptieren kann, wie man es vielleicht denkt. Ähm, ja, beziehungsweise man muss auch sagen, da, ähm, haben wir es auch einfach sehr individuell gemacht, also, es ist jetzt nicht so, dass, äh, Benni jetzt grundsätzlich gesagt hat, ihr müsst es jetzt alle so machen oder ihr müsst es jetzt alle so machen, sondern, äh, da hat Benni eigentlich echt uns viele Freiräume halt gegeben, weil auch da ist es ja auch wieder, glaube ich, typabhängig, also, die einen brauchen das, die brauchen diese Bestzeitenjagd und sowas und ich glaube, da macht es keinen Sinn, denen zu sagen, ey, du darfst jetzt, ähm, ja, letztendlich dann ja ein Jahr lang, weil die nächsten wirklichen Rennen kommen, kommen dann erst wieder im Sommer 21, du darfst jetzt bis dahin, äh, nie mal ans Limit gehen oder sowas, äh, oder einen Test machen, ähm, ich glaube, äh, ja, da hätten die halt wirklich die Motivation verloren, aber es hätte auch genauso wenig gebracht, halt bei mir, mir das eben so aufzuzwingen, also, ähm, war da tatsächlich ehrlich gesagt wenig jetzt ein wissenschaftlicher Gedanke erstmal dahinter, als primär eben so das Mentale, ähm, dass halt jeder einfach mit der, mit der Situation richtig umgeht. Ja, das ist wichtig, ähm, ich hatte auch gelesen, ähm, so ein bisschen, um darauf vielleicht mal zu kommen, wir haben ja jetzt schon Benni hier genannt, deinen Trainer, Benjamin, äh, Knoblauch und, ähm, was, was auch immer so, zum Beispiel jetzt auf Instagram so, nicht, man sieht dann auch so den Erfolg von den Athletinnen, ähm, aber oftmals ist so, ja, so die Blackbox so, was passiert eigentlich dahinter, so, was ist Behind the Scenes, weil da ist ja auch ganz viel der Erfolg, der einfach auch dahinter stattfindet oder der da gemacht wird, vorbereitet wird und vielleicht magst du uns so ein bisschen so einen Einblick geben, was so das Team-Not so sozusagen dahinter steckt, äh, also jetzt zum Beispiel der, dein Trainer, ähm, wie, wie trainierst du denn so, also hast du eine Gruppe oder ist ja jetzt primär erstmal auf dich alleine so, ähm, fixiert, äh, wie, wie, wie ist so dein Daily Trainingsalltag sozusagen? Ja, ähm, also das hat sich halt, äh, ziemlich krass geändert, seitdem ich jetzt in Darmstadt bin, ähm, in Wolfsburg war wirklich viel alleine noch, ähm, und, äh, ja, seitdem ich in Darmstadt bin, haben wir jetzt, äh, habe ich jetzt hier eine Gruppe, das heißt, schwimmen tue ich, äh, nie mehr alleine, äh, was, wo es mir beim Schwimmen, äh, hilft mir das am meisten, also, wenn ich jetzt mal wieder in Wolfsburg bin und komplett alleine schwimme, dann merke ich einfach erstmal wieder, was das hier für ein Luxus ist und genau. In die fern? Ja, das, äh, weil die dich pushen, oder? Nee, auch da bin ich jetzt nicht so der Typ, der dann sagt, okay, ich muss jetzt den und den schlagen oder so im Training, das ist mir eigentlich ziemlich egal, sondern halt eher so, äh, motivational, dass man einfach vorm Training mit denen quatschen kann, nach dem Training mit denen quatschen kann, ich meine, im Schwimmen kann man sich ja jetzt nicht währenddessen unterhalten, aber da hilft es mir trotzdem am meisten, da eine Gruppe zu haben, ähm, und wie gesagt, jetzt weniger um dieses sich gegenseitig pushen, ähm, zumindest für mich persönlich, ähm, und genau, ähm, fürs Radfahren und Laufen, ähm, also Laufen haben wir jetzt zweimal in der Woche so halt offizielles Training zusammen, ähm, wo da halt auch eine Gruppe ist, ähm, da ist natürlich jetzt so, dass jetzt gerade, wenn die Wettkämpfe näher kommen, dann da schon, ähm, jeder halt eher mal so sein individuelles Programm laufen, äh, läuft halt, ähm, und auf dem Rad gibt es jetzt keinen, oder meistens kein Gruppentraining, sondern halt, dass man sich da, ja, halt so privat einfach verabredet und, ähm, ja, da, da, äh, schreiben wir dann meistens kurzfristig, ähm, und, ja, meistens mache ich hier mit dem Henry Graf zusammen, der wohnt jetzt auch seit, ich glaube, zwei Jahren jetzt hier oder zweieinhalb Jahren und, äh, ja, das ist halt echt, echt richtig cool, äh, mit dem schwimme ich eigentlich immer zusammen, das kann im Winter auch manchmal frustrierend sein, also, der ist, ich wollte gerade sagen, ja, der ist auf jeden Fall, gut, der ist schon beim Freiwasser sehr gut, aber im Becken halt auch richtig gut, der kommt halt vom Schwimmen, und, ähm, ja, aber, wie gesagt, da, äh, darf man sich einfach dann nicht zu verrückt, äh, von machen, von machen lassen, ähm, ja, aber sonst, äh, machen wir dann relativ viel zusammen, was, ja, was auf jeden Fall richtig cool ist, wo es aber halt auch vor allem persönlich, persönlich halt gut passt, und ich denke, das ist halt mindestens genau, oder ist auf jeden Fall deutlich wichtiger als jetzt den perfekten Trainingspartner rein physiologisch oder so zu haben, ähm, dass man sich da einfach gut versteht, und, ja, aber klar, auch da, wenn die Wettkampfe näher rücken, er macht jetzt ja Kurzdistanz, das heißt, und ich, äh, wenn ich jetzt halt mich auf eine Mitteldistanz vorbereiten, muss ich dann natürlich auch mehr Zeitfahrrad fahren, da geht's halt nicht immer, aber, äh, ja, auch da hab ich, hab ich jetzt kein großes Problem mit, einfach mal allein zu fahren, und find das manchmal sogar, ich, auch, auch gar nicht schlecht, äh, um abzuschalten und sowas. Ja, sind das dann auch die Leute, mit denen du dann auch raced, also jetzt das Bundesliga-Team, erste, zweite, äh, das sind dann auch die Leute, nicht, mit denen du auch trainierst, sozusagen? Oder kommen dann auch externe uns dazu? Es kommen, ähm, also in der zweiten Liga sind alle hier in Darmstadt, ähm, aber in der zweiten Liga bin ich jetzt, oder, äh, starte ich nicht, sondern halt wenn dann, ähm, in der ersten Liga, und da ist es so, dass, ähm, noch externe dazukommen, aber auch nur Deutsche eigentlich, also, ähm, auch da ist echt ganz cool, dass wir da uns gegenseitig kennen und, ähm, dass da einfach auch richtig coole Jungs sind, also, wenn die dann, wenn die dann hierher kommen, pennen die nicht irgendwie im Hotel oder so am Rennen, sondern kommen häufig noch über Darmstadt und fahren dann mit uns dahin, ähm, und, ja, so hat man auf jeden Fall in unserem Team echt eine coole, coole, coole Teambindung und es ist auch so, die Philosophie eigentlich von, von Darmstadt, dass man jetzt nicht, gerade, gerade langfristig, weil wir jetzt eben hier so eine gute Gruppe haben, dass eben das Ziel ist, die Leute über die zweite Liga für die erste Liga vorzubereiten und jetzt nicht, ähm, einfach externe, externe Leute holt. Wir haben jetzt einen guten Stamm, ähm, von, von Athleten und dann dürfen halt immer mal wieder gerade jüngere Leute, die sich eben hier in Darmstadt hochgearbeitet haben, ähm, da mal mitstarten, was, was man auf jeden Fall da an den Wochenenden merkt, jetzt so für ein Team-Spirit, was auf jeden Fall gut ist, ähm, also, ja, es macht schon, macht schon richtig Bock und ist schon, ist schon auch echt, echt bitter, dass ich das jetzt halt so verpasse, äh, weil das sind halt so die Wochenenden, auf die man, oder auf die ich mich so persönlich am meisten freue, klar ist cool oder so, der sportliche Teil von mir freut sich natürlich jetzt eher auf irgendein Rennen, wo ich weiß, okay, da geht's jetzt wirklich um was und, äh, das ist jetzt richtig wichtig und so, da ich natürlich auch Bock drauf, aber, ja, äh, das ist eigentlich immer wie so, wie so Urlaub, so ein Wochenende, äh, ein Bundesliga-Wochenende, weil es einfach total entspannt ist. Ähm, ja, ähm, und, ja, die, äh, wir uns einfach richtig gut verstehen, wir haben ja auch ein, äh, eine Frauenmannschaft noch, das heißt, wir sind immer ein großes Team mit Betreuern, äh, jeder kennt sich und, ja, es ist schon immer richtig cool. Also, genau, dann ist es vielleicht auch so ein bisschen dann interessant, dich auch vielleicht zu sehen persönlich, wie der, wenn du jetzt sagst, also, du wirst ja auch sicherlich noch Bundesliga-Rennen machen, aber dann eben vielleicht auch viele Mitteldistanz-Sachen, wo man ja doch vielleicht dann das eine oder andere mal mehr auf sich allein gestellt ist und dann vielleicht so diese geilen Fun-Sachen dann hier und da doch mal nicht mehr mitnehmen kann, nicht? Also, ähm, wird vielleicht auch interessant zu sehen sein, nicht? Dass, äh, man vielleicht doch dann auf der Mitteldistanz eher ja doch wahrscheinlich mehr alleine trainiert oder, ja, auf sich gestellt ist. Ja, stimmt, stimmt schon, ähm, stimmt schon, aber, ähm, ich denke, da ist gut, dass ich eben hier in der Gruppe eben bin, das heißt, äh, abgesehen von den Rennwochenenden, Rennwochenenden bin ich ja immer noch unter denen, ähm, und im Training ist, ist die Stimmung ja halt auch gut so, ähm, und, genau, am Wochenende stimmt schon, aber auch da probiere ich halt einfach, ja, nicht allein unterwegs zu sein und, äh, ja, gibt ja auch auf der Mitteldistanz-Bereich coole Jungs, ähm, mit denen man, oder auch Mädels, zum Beispiel in St. George war ich mit der Anna Reischmann zusammen, äh, in dem Airbnb, was auch richtig cool war, ähm, und ich denke halt auch da, also, je länger ich dann da jetzt dabei sein werde, desto mehr Leute werde ich kennenlernen und dann, ähm, ja, wird, kommen da hoffentlich auch noch ein paar, äh, richtig coole, coole, äh, Trips auf mich zu. Ja, ich denke auch, ja. Was man auch, wenn wir auch nochmal klären müssen, jetzt ist, äh, wer ist denn eigentlich da dein Support immer bei den, bei den Wettkämpfen, vor Ort, also, die Person gibt es auf jeden Fall auch alles, ja, und da sind wir auch immer sehr, äh, amüsant, das mit anzusehen, äh, darfst du da verraten, wer das ist? Ja, ähm, ist auch einer aus Darmstadt, äh, Uwe Drescher heißt der, ähm, der, äh, ja, ist, ist bei Rennen, äh, hat den Puls mindestens so wie ich auf jeden Fall, ähm, emotional voll dabei, ähm, ja, das war, es hat sich eigentlich relativ zufällig ergeben, also, äh, wir trainieren hier auch relativ viel zusammen, also er wohnt auch in Darmstadt, er ist eben letzt, letztes Jahr mit mir nach Lissabla gefahren, wo, ja, wo wir das eigentlich vorher wirklich beide überhaupt nicht wussten, was es jetzt, was es jetzt wird, ähm, und ja, dann, dann war er halt da dabei, ähm, und, ja, hat das, hat das als Supporter einfach echt, echt richtig gut gemacht, muss ich auch sagen, so im Rennen, äh, hat er mir halt genau die richtigen Infos gegeben und anscheinend auch für die Leute draußen, also, äh, mit dem, äh, mit der Insta-Story kam da auch auf jeden Fall richtig, äh, positives Feedback und ihm selber macht's auch Bock, also, ähm, ja, ist er da, ist er da meistens am Start. Ja, sehr geil, ja, und so, ähm, ja, einfach so, sonst so Family-mäßig, die sind auch alle voll hinter dir, ähm, kann man jetzt eigentlich sagen, dass du dann jetzt Vollzeit-Triathlon-Profi bist? Mittlerweile würde ich sagen, ja, ja, ähm, also ich bin noch, äh, ich bin noch in der Uni halt eingeschrieben, hier in Darmstadt an der TU, ähm, für Informationssystemtechnik, ähm, das ist so Elektrotechnik und Informatik, quasi die Schnittstelle davon und, ähm, hab das erste Semester noch, ähm, ganz normal studiert, also, äh, normal im Sinne von, was ich getan hab, aber auch von Präsenz, wie gesagt, da war ja noch kein Corona und, äh, ja, seit dem zweiten Semester ist halt, äh, nur online gewesen und, ähm, was für ein Sport sicherlich, sicherlich gut war, ähm, so konnte ich da erstmal noch weitermachen, aber trotzdem schon mehr trainieren. Letztendlich kann man halt sagen, dass das jetzt eigentlich von Semester zu Semester ein bisschen weniger geworden ist. Das, dieses Semester bin ich jetzt noch bei einem, also, ja, bin ich jetzt noch, äh, für so ein, äh, Online-Modul, was noch tatsächlich jetzt noch online stattfindet, eingeschrieben oder nehme da noch halt dran teil, ähm, aber ja, da, äh, muss ich halt einfach mal schauen, wie es dann, wie das dann weitergeht ab, äh, ab Herbst, ob es weiterhin Präsenz bleibt oder halt nicht und dann, dann entscheiden, ähm, genau. Aber wie gesagt, also, äh, wie du schon richtig sagst, so die Family steht da voll hinter, ja, bin ich, bin ich super dankbar und, ähm, hab da, wie gesagt, so bis 2019 ja noch gewohnt, ähm, und meine Eltern kommen jetzt, äh, nicht aus dem, aus dem Profisport oder so, ähm, sondern machen, machen auch viel Sport, äh, aber halt jetzt eher so Hobby-mäßig, ähm, und da war es jetzt auch für sie, glaube ich, so ein bisschen so ein Learning, ähm, halt die Schritte jetzt so mitzuverfolgen, die haben jetzt halt auch so nach und nach dann verstanden halt, dass es jetzt halt immer ernster wird und so, aber da hatte ich immer die volle Unterstützung, ähm, und, ja, die, die fiebern da auf jeden Fall halt auch immer mit, ähm, und haben mir halt auch früh signalisiert, so, ey, wenn du, wenn du das halt willst, dann, äh, und du halt da selber nicht glaubst, ähm, dann mach's und haben mir jetzt irgendwie nicht, nicht nach zusätzlichen, zusätzlichen Druck in irgendeiner Situation gemacht, genau, und so, ich glaube, nur so kann sich sowas auch entwickeln, also zumindest für mich persönlich, also ich könnte da jetzt, wenn ich noch von familiärer Seite irgendwie noch Stress, Stress bekommen würde oder Druck oder in irgendeine Richtung mich gedrängt fühlen würde, ähm, auch schon, glaube ich, vor allem in der Jugend, also, dass ich da eben, äh, viele, äh, jetzt nie gesagt wurde, ey, du musst jetzt zum Triathlon gehen oder so, sondern dass sich das halt auch komplett normal entwickelt hat, ähm, und ich da, ja, halt die Motivation eigentlich immer von mir selber ausging, was eher so ist, dass dann, äh, also, äh, ja, halt mal so einen Spruch kommt, so, ja, willst du jetzt wirklich noch rausgehen, es regnet doch, oder so, und, äh, dass ich dann sagen, ja, ja, will ich, will ich, ähm, und, ja, also wurde ich, wurde ich jetzt, wurde ich jetzt halt nicht getrieben, ähm, und, äh, ja, also, nee, ist da, ist das, passt auch das, ähm, einfach, einfach richtig gut, ähm, was, was sich auch dann sicherlich positiv halt auf die, auf die Leistung auswirkt. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendjemand interessiert, aber du hast gerade gesagt, Informationssystemtechnik studierst du. Im ersten Moment denke ich mir, oh Gott, was ist das denn? Aber das ist ja dann eigentlich so, also, weil ich habe da so ein bisschen auch beruflich mal hierhin damit zu tun gehabt, ähm, ähm, der Agentur mäßig, das ist ja dann eigentlich so die Schnittstelle zwischen Software und Hardware sozusagen, dass das ineinander einwirkt und das ist ja eigentlich, also, das ist ja so die Zukunft so, nicht mehr, wenn man so mit IoT, Big Data und wie es auch immer alles heißt, äh, also da hast du ja auf jeden Fall auch eine gute, äh, ja, wie soll man sagt, zweites Standbein dann später, wie auch immer dann, äh, da im Hinterkopf, ja, sehr geil. Ja, voll, also so Hardware und Software, die Schnittstelle, äh, trifft es genau, ähm, ist halt leider nicht so, dass man es einfach mal so nebenher studieren kann, also es ist halt schon ziemlich anspruchsvoll, ähm, aber ja, auf jeden Fall super interessant, ähm, auch da will ich mich jetzt noch nicht halt festlegen, wie es denn da, äh, genau weitergeht, aber, ähm, nee, ist auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall schon ein ganz cooles Thema. Ja, vielleicht auch sogar im Triathlon, nicht? Also, da sieht man ja jetzt auch mal mehr Sachen, die da kommen, ich habe vor kurzem hier gehört, äh, geht es ja jetzt auch schon so mit diesen Windschatten, äh, sie gibt es ja Sensoren, und dann kann man ja auch Hardware-Software verbinden, schon auch sehr spannende Projekte da, also, ja, wer weiß, was da ja noch kommt, so, ne, schon, kann man sich, äh, überraschen lassen, und, äh, ja, was natürlich auch so ein bisschen zum Triathlon-Profi-Dasein oder Business gehört, ist ja auch dann, dass man auch ein bisschen gucken muss, wo man bleibt, in Anführungszeichen, Sponsoren, Partnerschaften, äh, also erstmal herzlichen Glückwunsch noch zu der, äh, äh, neueren, äh, neuesten jetzt Kooperationen, wie spricht man die aus? Head? Head? Head-Cycle? Head. Head, also doch, Head, Head, okay, ja, ja, und, äh, ich habe gesehen, da sind ja auch die einen oder anderen, äh, Names mit dabei, Sanders, Gommes und Carrie, kannst du uns vielleicht mal kurz so mitnehmen, wie, wie es dazu kam, ähm, bist du auch so vielleicht generell, bist du dann schon so, dass du da selber sehr viel auch aktiv machst, oder ist es jetzt auch schon, dass du die Ersten dann auch einfach auf dich zugekommen sind? Ja, also nach, nach letztem Jahr kam schon, äh, selber halt einige auf mich zu, ähm, und, ähm, dass ich dann, ja, mich da halt, äh, selber halt, ja, halt die Chance hatte, ähm, tatsächlich halt teilweise auswählen zu können oder halt zu überlegen, okay, will ich das jetzt, kann ich mich jetzt wirklich voll mit denen identifizieren oder, oder halt nicht, was natürlich ein Riesenprivileg ist, weil, ähm, häufig ist es natürlich so, und das ist ja auch jetzt gar nicht verwerflich, dass man einfach dann halt das nimmt, was kommt, ähm, ist halt einfach so, also, äh, wie gesagt, würde ich, äh, würde ich halt dann, dann wahrscheinlich halt genauso machen, weil, wie du schon sagst, man muss halt, äh, gucken, schauen, wo man halt dann bleibt, ähm, ja, ja, das war halt auch viel, viel Neues halt für mich, aber, ähm, konnte auch da halt mich, äh, äh, halt immer mit, mit anderen noch sprechen, ja, so halt dann auch da erste Erfahrungen sammeln, ähm, aber ich denke, gerade da bin ich halt erst so am Anfang und hab da halt noch, äh, hab da noch, noch viel zu lernen. Hm. Ist es dann auch so eine Sache, die, sag ich mal, die jetzt nicht Nerven kostet, sondern eher auch spannend ist, oder, also, weil du ja sagtest, so, die macht ja auch vieles so ein bisschen so Spaß oder ist auch interessant, da rein zu, sich rein zu friemeln, ähm, du machst das ja schon noch eher alleine so, weil es war wahrscheinlich, oder? Ähm, da hilft mir jetzt, ähm, der Jan Silbersen bei, ähm, wo ich dann, äh, ja, halt fragen, äh, wo wir uns halt da, da abklären, ähm, und, und solche Geschichten, ähm, und ich halt auch einfach schon gemerkt hab, jetzt gerade in letzter Zeit, aber auch schon, äh, ja, schon seit ein paar Jahren eigentlich, wie wichtig halt so Connections, ähm, sind in, in dem Bereich, ähm, und, ähm, ja, das, das ist ehrlich gesagt halt so ein Thema, also, wo ich mich, was jetzt nicht so mein Hobby ist, also, so mit anderen Sachen mich zu beschäftigen und da mich so rein zu tüfteln, ist so, so voll mein Ding, also, äh, irgendwas Technisches am Rad oder sowas oder, oder so Ernährung und, äh, und solche Geschichten oder auch fürs Training, ähm, da, da will ich schon selber, oder, äh, hab ich einfach Bock mich halt auch selber voll mit zu beschäftigen, aber jetzt grad, äh, was so, äh, ja, irgendwelche juristischen Sachen, was auch immer halt sind, ähm, das ist ja bei mir, muss man jetzt auch sagen, alles ja noch lange nicht, äh, jetzt noch lange nicht super kompliziert, ähm, aber hoffentlich, äh, wird's halt immer mehr, ähm, und dass da halt immer mehr Arbeit und sowas kommt, ähm, und, ja, von daher, ähm, ist halt einfach, äh, hab ich halt gedacht, okay, in dem Bereich wäre es schon ganz gut, da halt, äh, doch gewisse Unterstützung eben zu haben. Ja, ich glaub, der Patrick Dirksmeier ist ja auch rechtlich da unterwegs, äh, als Anwalt oder wie auch immer und der macht ja auch Triathlon, vielleicht ist das auch noch eine Connection noch, wer weiß. Ja, wenn da mal ein harter Fall kommt. Genau, äh, wenn da mal ein ganz harter Fall kommt. Äh, und wie sieht's sonst so aus, also, ich hab ja auch gesehen, Canyon, auch krasser Sponsor, also auch nicht der schlechteste Deal auf jeden Fall. Wie sieht's, also Laufschuhsponsor fehlt vielleicht noch oder sagst du, da willst du lieber unabhängig bleiben, weil das hatten wir zum Beispiel auch so, das war ja auch im letzten Podcast, nee, mit dem vorletzten, mit dem Sebastian Zeller, dass, äh, da ja auch wirklich gravierende Unterschiede teilweise sind, von Athlet zu Athlet, äh, und man natürlich dann auch gucken muss, äh, dass man eigentlich ja auch den besten Schuh läuft. Genau, ähm, für, äh, so Sachen wie Laufschuhe, äh, wie du schon angesprochen hast, hast, ähm, wollte ich mich jetzt nicht auf, auf eine Marke jetzt schon festlegen, ähm, sondern da auch noch ein bisschen rumprobieren, da hat sich ja gerade in den letzten Jahren viel, viel getan, mal gucken, wie es jetzt weitergeht, ähm, und, und auch zum Beispiel, äh, Ernährung habe ich jetzt bisher auch bewusst noch gesagt, ähm, dass ich da lieber noch ein bisschen ausprobieren will, weil gerade das ja auch relativ neu noch für mich ist, eigentlich erst seit, äh, ehrlich gesagt, seit letztem Sommer, dass ich mich damit so richtig halt auseinandersetze, ähm, gerade halt in den Rennen und da konnte ich jetzt einfach noch viel, viel rumprobieren und dann, ähm, dass, wenn ich mich dann halt da, äh, festlege, hoffentlich habe ich dann, äh, kann ich dann auch tatsächlich dann den Partner, ähm, nehmen, äh, ja, der, der mir eben am besten passt, mit dem ich mich dann am besten identifizieren kann. Genau, das ist natürlich immer so das, das, das Wunsch, das Wunschszenario, ähm, aber wie schon gesagt, auch da kann ich voll verstehen, wenn halt Athleten einfach sagen, oder in der Situation sind, ähm, oder nicht in der Situation sind, frei entscheiden zu können, sondern sich dann, ähm, halt irgendwas, äh, was zu nehmen, was eben gerade angeboten wird, ähm, aber ich hoffe, dass ich, äh, dass ich nicht in der Situation bin, sondern wirklich dann mein Wunschpartner, äh, mit dem ich dann zusammenarbeiten kann. Ja, das, äh, ja, das wird wahrscheinlich auch so oder so kommen, also, äh, das wird die Zeit sein, wie man immer so schön sagt, aber was, äh, das ist quasi Spekulation, aber was mich nochmal interessieren würde, du hattest, äh, Anfang Mai auch nochmal in einem Post gesagt, dass du zum ersten Mal seit Winter irgendwie die Carbonschleppers, äh, wieder anhattest, äh, wenn, wenn das richtig ist, ist es dann auch so, dass du eher so im Alltag da weniger drauf zugreifst und dann nur so Richtung Wettkampf oder nutzt du die auch schon regelmäßig? Ähm, nee, tatsächlich nicht, ähm, also tatsächlich wirklich nur, äh, Richtung Wettkampf. Interessant, ja. Ähm, 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 ich hab da einfach, einfach, äh, das Gefühl, wenn ich die halt wirklich nur sehr dosiert einsetze, dass ich dann da noch mehr, noch mehr rausholen kann und, ähm, dass ich wirklich so die Grundlage mit normalen Schuhen eben aufbaue und dann, äh, auch mental, ähm, natürlich dann mir halt diesen Boost dann für den Wettkampf aufhebe, aber, ähm, ja, auch zumindest hatte ich bisher das Gefühl, ähm, dass mir das auch, ähm, physiologisch oder von der Technik her einfach, einfach besser tut, wenn ich möglichst, äh, normal oder natürlich eben im Training unterwegs bin und dann, ähm, ja, mit den, mit den Carbonschuhen mir die halt wirklich dann für die spezifischen Einheiten kurz vor dem Rennen aufhebe und natürlich im Rennen. Ja, ja, ja. Aber du hast schon, also hast du dann auch schon so die einen oder anderen Schuhe von den verschiedenen Marken für dich auch einfach dann getestet sozusagen, äh, dass du da einfach dann auch genau weißt, ja, okay, die sind's jetzt so, nicht? Auf jeden Fall, ähm, und auch da habe ich mich aber auch zum Beispiel noch nicht festgelegt, also da will ich's oder kann, kann ich's auch auf jeden Fall jetzt kursabhängig machen, dass ich jetzt auf Gran Canaria zum Beispiel war der Kurs sehr verwinkelt, ähm, mit vielen teilweise ziemlich schmalen Kurven und auch so Gravel-Passagen, ähm, wo ziemlich, ziemlich grobe Steine lagen und dann da halt auch noch Kurven waren und dann wollte ich halt lieber einen Schuh, der eher direkt ist und nicht so schwammig, ähm, wenn's hingegen jetzt, äh, ein Rennen ist, wie zum Beispiel in Vissablet letztes Jahr, wo man einfach nur an der Promenade langläuft und dann einen Wendepunkt hat und wieder zurück, also komplett flach, Asphalt, ähm, und halt nur ein paar Wendepunkte, Wendepunkt hat, da, äh, würde ich dann wahrscheinlich jetzt einen anderen Schuh laufen und ja, das ist natürlich jetzt auch der Vorteil, da jetzt nicht an irgendwas gebunden zu sein, ähm, weil, ja, letztendlich halt bei allen Sachen, die eben sich direkt auf die Leistung auswirken, ja, will ich das eigentlich halt vermeiden, mich da, äh, mich da an irgendwen zu binden, es sei denn, ich bin mir sicher, wie zum Beispiel beim Rad, dass das halt das Schnellste ist. Ja, 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 sehr spannend. Ich finde das auch total krass, äh, was da abgeht sozusagen, äh, auch gerade so im Spitzenbereich, wo es ja dann wirklich, äh, ja, um die letzten Prozente geht, ist es dann letztendlich schon gar nicht mehr so richtig so ein Vorteil, sondern es ist einfach fast schon Standard, kann man ja fast sagen, so, dass man die dann auch, äh, unter Umständen, äh, ja, haben muss, weil man sieht ja auch immer mehr, dass selbst auf der Mitteldistanz teilweise die, die Finishes ja auf der Ziellinie entschieden werden, jetzt nicht überall, aber es ist auch gefühlt immer, wird es auch immer dichter, ähm, ja, wenn man einfach noch so ein bisschen so, ich habe noch zwei, drei Fragen, Mika, so ein bisschen ausblickmäßig, äh, du, ähm, hast ja auch schon so ein bisschen andeutet, so, dass es ja auch einfach Bundesliga auch richtig, richtig Bock macht, einfach, ähm, also das wird auch weiterhin erstmal so, ja, nebenbei sozusagen, also, das heißt, nebenbei ist es so, dass du sagst, das machst du halt, wenn es passt, oder würdest du auch sagen, das, das würde ich jetzt auch, sag ich mal, als Mitteldistanzrennen dann vorziehen? Ähm, weder noch, würde ich sagen, also es ist nicht so, dass ich es nur nebenbei mache und jetzt sage, okay, es ist wirklich nur zum Training oder so, also zum Beispiel diese Saison waren jetzt die Finals in Berlin geplant, ähm, was ja auch ein Bundesliga-Rennen ist und da war jetzt tatsächlich mein Plan eben Gran Canaria, ähm, dann, äh, als nächstes wirklich wichtiges Rennen halt Kreichgau und zwischen Kreichgau und Berlin sind vier Wochen und da hätte ich wirklich in den vier Wochen, ähm, einen richtigen kurzen Tanzblock gemacht, äh, was ja wie gesagt jetzt auch, äh, nicht komplett unterschiedliches Training ist, ähm, ähm, aber trotzdem hier und da nochmal ein paar andere Reize, ähm, einfach um wirklich in Berlin dann schon eine richtig gute Leistung, ähm, abzuliefern, also es ist jetzt nicht so, dass ich da dann nur zum Spaß bin, sondern da will ich auch auf jeden Fall noch gut performen und glaube aber andersrum, ähm, auch, dass sich das jetzt nicht negativ nur, ähm, für die späte Saison wiederum auf der Mitteldistanz auswirkt, mal so einen, ähm, äh, kurzen Tanzspezifischen Block zu machen, einfach um ein paar andere Reize zu setzen, ähm, mal wieder mehr am Grundspiel zu arbeiten, solche Geschichten, ähm, weil ich glaube auf jeden Fall nicht, dass das jetzt schädlich für die Mitteldistanz oder so ist, ähm, sondern, ähm, ja, dass sich das auf jeden Fall sehr gut, ähm, sehr gut gegenseitig ergänzt, ähm, ja, von daher ist es jetzt nicht so, dass es mal ein absolutes A-Rennen ist, aber, ähm, auch jetzt nicht nur ein Trainingsrennen, also, ähm, ist das schon was, wo ich auch in Zukunft dann, ähm, wie du schon richtig gesagt hast, äh, noch weiter starten wird und auch, äh, auch gut starten will, also dem Team, dem Team natürlich da bestmöglich helfen, ähm, da macht es natürlich auch noch mehr Spaß. Ja, man sieht ja auch jetzt bei den Norwegern, also ganz so verkehrt ist es ja anscheinend nicht, dass man auch die kürzeren Sachen mitnehmen kann, äh, natürlich auch immer super individuell, kann man ja nicht pauschal sagen, aber da, ich weiß nicht, du hast ja auch gesagt, du verfolgst ja vieles, äh, verfolgst du auch so ein bisschen so die ganze, die Szenerie da um die Norweger, ziehst du dir da die Vlogs und so rein, ähm, jetzt ist ja auch gerade hier der, der Christian Blumenfeld ist ja hier um die Ecke jetzt hier die Tage am Lausitzring, ähm, auch auf jeden Fall interessantes Projekt, äh, also das verfolgst du auch schon so nicht, äh, allein auch vielleicht aus Fansicht. Ja, ja, wirklich voll, also auf jeden Fall aus Fansicht, äh, ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt irgendwas probiere zu kopieren oder, äh, irgendwelche Leistungen dann als Großstrava irgendwie, Großstorke oder sowas, ähm, das nicht, aber halt einfach so als Fan, also, ähm, letztendlich halt auch da, selbst wenn ich jetzt Triathlon nicht so professionell wäre, äh, oder machen würde, ähm, wie ich es ja vor ein paar Jahren noch gemacht hab, ähm, war ich trotzdem genauso Fan und, äh, hab mir trotzdem halt gern so Videos reingezogen oder irgendwelche Artikel gelesen, also, das ist ja im Triathlon eh meistens so, dass man jetzt ja nicht startet und sagt, okay, ich will Profi werden, sondern es entwickelt sich dann ja, ähm, ich würde mal sagen, in den allermeisten Fällen halt erst so dahin, ähm, und ja, sowas bei mir auch und, also die Passion so ist auf jeden Fall immer noch da, ähm. Ja, also kannst du dich noch an, was ist schon so gerade so ein bisschen mehr oder weniger gesagt, aber kannst du dich noch auf so einen Moment oder an so eine Zeit, einen Raum erinnern, wo du gemerkt hast, so, ja, doch, Profi-Dasein ist auf jeden Fall mehr als realistisch? Ähm, das war tatsächlich, ähm, also wie ich schon richtig gesagt habe, es ist kein Zeitpunkt, sondern eher ein Zeitraum, ähm, aber da würde ich sagen, so letztes Jahr zwischen, also nach Les Sables, davor auf jeden Fall noch nicht so, ähm, also auch wenn ich mir schon echt gute Leistung zugetraut habe, ähm, hatte ich ehrlich gesagt einfach gar nicht so den Einblick, was es dann wirklich bedeutet, ähm, und also zwischen Les Sables und eigentlich so St. George, ähm, also zwischen Juli und September so in der Zeit, würde ich sagen, ähm, wo ich dann solche Sachen wie, äh, hier mal ein Interview, ähm, dann schreibt mir auf einmal irgendein Typ, den ich gar nicht kenne bei Instagram und hat irgendeine Frage oder so, ähm, was ja halt, was ich davor halt nicht hatte, aber was ja halt super cool ist, ähm, und da habe ich halt gemerkt, okay, ähm, in Kombination natürlich, ähm, ich denke, das darf man heutzutage, äh, nicht vergessen, dass ja immer noch die Rennen so an erster Stelle stehen, äh, so Social Media und so ist ja schön, aber, ähm, ja, in der Zeit lief es halt sportlich einfach auch richtig gut, dass ich, äh, da einfach super viel Selbstbewusstsein hatte, gefühlt hat, einfach so auf so einer richtigen Welle halt dann gesurft bin und, ähm, das hat, das hat halt super Bock gemacht, da in St. George zum Beispiel, ähm, habe ich mir halt auch, weiß ich noch genau, als ich im Flugzeug saß, so, es war das erste Mal, dass ich nach Amerika geflogen bin und, ähm, dann halt einfach aus so einem Grund dahin zu kommen, ähm, also jetzt nicht einfach nur zum Urlaub, sondern halt durch den Sport, was ja eigentlich halt so immer das Hobby war, ähm, halt jetzt mal nach Amerika zu kommen, ist halt schon, war halt schon super cool und da, ähm, ja, dachte ich mir halt auch so, ey, das, äh, das hat auf jeden Fall schon was, dass natürlich sowas wie jetzt halt auch dazu wird, ist, ist, ist halt einfach so, ähm, aber, ähm, ja, ähm, da probiere ich halt dann, äh, auch jetzt halt, äh, das Positive immer noch halt, noch halt rauszusehen und mich jetzt halt an den kleinen Dingen so zu erfreuen, ähm, und, ne, also insgesamt, äh, die, äh, hat mir aber auch, ähm, so, habe ich in der Zeit eben halt auch ab und zu gedacht, okay, guck mal, also 2020, als halt keine Rennen waren, hatte ich ja trotzdem richtig Bock aufs Training und sowas, ähm, und das hat mich halt noch mehr daran gestärkt, dass ich halt weiß, okay, ich mache es jetzt, ähm, nicht nur wegen den, wegen den Rennen, sondern auch einfach, weil es halt einfach saukool ist, so, äh, draußen Rad zu fahren, äh, zu schwimmen, ähm, zu laufen und sowas, ähm, und, ja, von daher war mir halt, äh, dann klar, okay, wahrscheinlich ist es jetzt auch so, dass, wenn es mal nicht läuft, dass ich dann trotzdem noch Bock habe und jetzt zum Beispiel kann ich halt auch nicht abwarten, endlich dann mal aufs Rad zu gehen, äh, und dann mal wieder im Odenwald zu fahren oder halt im Freibad zu schwimmen jetzt, wenn die Sonne scheint, das sind einfach so die Sachen, äh, ich glaube, wenn man halt die nicht hat, dann, dann wird es gerade langfristig halt schwer und, ja, da, äh, war ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass das so, dass halt so voll mein Ding ist. Ja, voll, kann, das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, äh, der das hier auch gerade hört. Ich habe auch so eine kleine Nasen-OP jetzt gehabt, äh, und davor konnte ich schon ein paar Wochen nicht schwimmen und, äh, jetzt muss ich auch noch so ein bisschen die Füße stillhalten und, äh, ich merke einfach jeden Tag auch, wie man wieder ins Wasser will und, äh, ja, das ist wahrscheinlich immer nur an dem Moment, wo man dann leider verletzt ist oder verhindert, dass man sich dann wirklich darüber Gedanken macht, aber, ja, das ist echt so ein Ding, dass man da echt dann happy ist, überhaupt wieder, ähm, ja, Sport machen zu können. Ja, ja, und auch da noch zum Beispiel so, was ich mir jetzt, äh, auch, auch in letzter Zeit halt so dann häufig gedacht hab, ähm, wie krass das eigentlich ist, ähm, was halt da manche, manche Age-Grooper so abreißen, ähm, neben Job, äh, Family und sowas, ähm, trotzdem sich noch so, so heftig halt zu committen und, ähm, halt echt, echt ziemlich viel trainieren, ähm, auf sowas wie Ernährung und sowas achten, also, ja, ich glaub, äh, da muss man sich ja einfach selber auch an meiner Stelle jetzt halt einfach, einfach bewusst machen, wie privilegiert ich da jetzt bin, ja, mich eben nicht noch mit so, äh, nicht noch so viel anderen Stress zu haben, sondern, ähm, ja, grad mal, wenn ich jetzt vielleicht nicht so super viel, viel Bock auf irgendeine Schwimmeinheit oder sowas hab, ähm, denke ich mir halt, ey, sei froh, dass, dass du es jetzt halt machen kannst und letztendlich muss ich auch ehrlich sein, äh, ich würd's wahrscheinlich halt, ich würd jetzt trotzdem zum Schwimmen gehen, auch wenn ich jetzt noch nebenbei studieren würde oder so, dann natürlich nicht so häufig, ähm, weil es einfach ja zeitlich gar nicht möglich ist, wenn ich voll studiere, ähm, aber ich würd's ja letztendlich halt trotzdem machen, ähm, und ja, ich glaub, da, äh, da hilft es einfach, sich manchmal da, da noch, äh, da halt noch dran zu, dran zu erinnern, dass man da einfach eher super privilegiert ist. Ja, das, das ist ein Punkt, glaub ich, auch gerade aus der Profisicht und, äh, aus der anderen Perspektive gesprochen ist es auch, hab ich auch gemerkt, super, kann es super befreiend sein, wenn man jetzt, wie gesagt, eine 40-Stunden-Woche hat und, ähm, x andere Sachen, noch Hobbys und Familie und Interessen, dass es da auch befreiend sein kann, wenn man eben mal so ein bisschen loslässt von wegen so, dass man starr diese, weiß ich nicht, sag ich mal jetzt 12, 13 Stunden oder so trainieren muss, so, und, äh, sich da so limitiert gedanklich. Also, das hab ich so gerade auch im letzten Jahr gemerkt, dass es einfach viel leichter ist, wenn man da so ein bisschen locker lässt, so, weil letztendlich ist es ja jetzt nicht so wichtig, ob ich jetzt so krass performe und ich bin eben kein Profi oder auch alle anderen Age-Groooper, so, nicht, aber da hab ich auch gemerkt, so, und das ist auch vielleicht so auch für Profis dann, äh, interessant, ähm, wenn man da so ein bisschen gedanklich sich ein bisschen befreit, dass das oftmals, wie man immer so schön sagt, weniger Performance oder weniger Druck, äh, resultiert in mehr Performance, dass das dann auch so ein kleiner Game-Changer man ja mal sein kann, hab ich auch gemerkt, auf jeden Fall. Ja, voll, und, äh, genau, wie du halt sagst, so, auch aus Profisicht, äh, jetzt, du sagst, okay, ich bin ja kein Profi, ich muss das jetzt ja nicht alles machen, aber ich glaub, es hilft auch nicht, dass, wenn man jetzt Profi ist, dann sich so einen Druck zu machen, alles hundertprozentig genau machen zu müssen, ähm, sondern klar, schon, ähm, alles möglichst, äh, möglichst gut zu machen, aber sich jetzt halt auch nicht verrückt machen zu lassen, wenn jetzt mal irgendeine Kleinigkeit nicht funktioniert, ähm, weil's letztendlich halt eine Einheit im Februar oder so, macht halt dann, äh, da wirklich keinen Unterschied und da hilft's einfach nicht dann da, äh, zu viel, zu viel Energien halt dann, äh, dann darauf zu verwenden, sondern einfach halt sich bewusst zu machen, okay, hauptsächlich komm halt wirklich konstant, äh, möglichst konstant halt gut, äh, gut durch, ähm, und das funktioniert wiederum, glaub ich, halt, ähm, bei fast allen nur, wenn sie halt, äh, mental einigermaßen locker sind und nicht zu verkrampft. Hm. Was vielleicht auch noch so ein Punkt ist, äh, um da wieder auch mal irgendwas Positives noch rausholen zu wollen, dass du jetzt zwar leider dann eben nicht so das Training abreißen kannst, was du gerne wollen würdest, aber jetzt Herz-Kreislauf-Technisch da jetzt nicht so, sag ich mal, die Einschränkungen hast wie, weiß ich nicht, wenn du jetzt, sag ich mal, eine richtig krass fette oder Corona-Infektion hättest so und dann auch davon noch, sag ich mal, vielleicht zu kämpfen oder zu knapsen dran hättest. Es ist zwar jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber dass dein Herz-Kreislauf-System trotzdem noch irgendwie weiter, äh, oder zumindest mal nicht ganz krass jetzt eingeschränkt ist und du halt eben weiterhin noch irgendwie Ausgleich-Training machen kannst, also um sich da so ein bisschen noch hochzuziehen vielleicht, nicht? Ja, absolut. Also, ähm, nee, stimmt schon, ähm, gerade wenn ich da hoffentlich dann bald auch wieder Radfahren kann und so, ähm, habe ich das auf jeden Fall lieber als so eine richtig heftige Corona-Infektion. Also, ähm, manche Leute, ihr wisst ja echt schon übel, ähm, und halt auch dann gerade Sportler so, ähm, mit Long-Covid oder solchen Geschichten, ähm, braucht man das auf jeden Fall nicht und, äh, ja, da werde ich jetzt auch gerade jetzt natürlich, ich meine, wenn ich das jetzt auch noch bekommen würde, wäre es natürlich, äh, dann, dann wirklich schon ziemlich übel, ähm, aber ja, äh, auch da, äh, werde ich also weiterhin, äh, super vorsichtig sein, ähm, und genau, es könnte, es könnte immer noch schlimmer sein und, ähm, deswegen muss ich jetzt einfach halt dann das, dann das Beste halt daraus machen. Ja, 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 ähm, ich habe noch eine letzte Frage und, äh, dann hätte ich noch zwei, drei andere Fragen, äh, von anderen, die noch reinkamen, äh, und zwar, ähm, ja, also wir hatten ja auch so ein bisschen jetzt darüber gesprochen, dass, ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt, ja, du hattest auch gemeint, dass es vielleicht auf der Mitteldistanz auch realistisch ist, äh, in Richtung Weltspitze zu gehen, als jetzt vielleicht auf der Kurzdistanz, ähm, kannst dir auch gleich nochmal gerne einordnen, ob das so richtig formuliert ist und, äh, wenn ja, ähm, ob du, das würde mich einfach selber nochmal interessieren, ob du für dich dann schon so, ich würde es jetzt mal nennen, ähm, Meilensteine vielleicht irgendwie definiert hast, äh, vielleicht wann du wo sein willst, ich würde es jetzt mal gar nicht so an Erfolge knüpfen oder irgendwelche Titel, ob du da schon sagen kannst, wo du irgendwo wann sein willst oder ob es erst mal wirklich nur jetzt, jetzt mal wirklich deine Verletzung vielleicht ausgeklammert, äh, erst mal nur so dieses, ähm, hier und jetzt vielleicht auch gerade ist, äh, wie, wie sind da so deine Gedanken? Ja, ähm, also zum ersten Teil der Frage, ähm, stimmt's, äh, also ich glaube, dass das, dass, äh, realistischer ist, auf der Mitteldistanz Weltspitze zu sein, als auf der Kurzdistanz, äh, auf mich bezogen, also ich würde es jetzt nicht generalisieren, ähm, sondern wirklich für mich, ähm, denke ich, dass es halt so ist, ähm, und ich glaube so, dass auf der zweiten Teil, also, das habe ich jetzt, habe ich jetzt nicht so, nicht so wirklich, ähm, da ganz konkrete Ziele, ähm, sondern ich glaube auch, dass mir das in, in der letzten Zeit eigentlich gut getan hat, eben jetzt nicht so, äh, einen ganz strikten Mehrjahresplan zu haben, sondern eher halt im Hier, im Hier und Jetzt zu sein, weil, ähm, ja, nur so, glaube ich, konnte ich halt auch dann flexibel reagieren, als dann halt doch, äh, zum Beispiel letztes Jahr halt, dass in Lissabla dann so gut lief, ähm, und hätte ich mich dann da jetzt schon am Anfang des Jahres komplett zu irgendwelchen Kurzdistanzrennen committed, irgendwelchen Europacups, denke ich, ähm, wäre das halt eher hinderlich gewesen, hätte ich vielleicht nicht St. George gemacht und nicht Lanzarote, ähm, und dann wäre das halt mal so einmaliges Ding gewesen, also, ja, ich glaube halt einfach, gerade in der Zeit, ähm, oder auch in dem Alter, ähm, kann einfach so viel, äh, in der Entwicklung passieren, ähm, was, was nicht so richtig vorherzusehen ist, dass es da, äh, da eher besser ist, ähm, sich jetzt nicht so, so krass zu irgendwas zu knitten, wobei ich auch da wieder sagen muss, vielleicht ist er auch typabhängig, also einige bräuchten das vielleicht auch, um dann nicht, äh, komplett irgendwelche wilden Sachen zu machen und ständig irgendwie hin und her zu switchen, ähm, was dann wahrscheinlich auch wieder kontraproduktiv wäre, ähm, aber genau, also, äh, habe ich da jetzt das nicht so irgendwo niedergeschrieben, ähm, aber im Kopf habe ich natürlich schon so ein paar, äh, so ein paar Ziele, Schrägsträume, ähm, wo es, äh, wo es wann halt hingehen soll, ähm, genau, aber, äh, ja, probiere mich da jetzt halt auch nicht, nicht so, äh, nicht so doll drauf zu verkrampfen. Ja, das ist auch vielleicht, äh, wie du sagst, ist schon typabhängig, aber das ist auch vielleicht die richtige, hier und jetzt dann einfach zu sein und da einfach sich so ein bisschen nicht zu sehr aufzuladen, vielleicht auch einfach, äh, mental, ähm, ja, aber du wirst ja auch sicherlich das eine oder andere dann wieder auf Instagram teilen, ne? Macht dir das eigentlich auch so, ähm, ist das, macht dir das Spaß auch so ein bisschen oder ist es eher so, ja, so ein, muss halt irgendwie noch hinten ran sozusagen, das gehört halt so dazu? Ähm, nee, es macht, mittlerweile macht es mir Spaß, ähm, also auch das hat sich so ein bisschen entwickelt, ähm, dass ich, äh, vorher einfach mich auch selber nicht so gesehen habe, dachte ich, okay, das interessiert doch eh überhaupt keinen, was ich, äh, was ich mache, ähm, aber jetzt habe ich mir halt auch so gedacht, okay, äh, wie würde ich es halt finden, aus, äh, wenn, wenn ich jetzt halt jemand anders wäre, der so wie ich früher halt den Sport, äh, als Fan so verfolgt hat, ähm, was fände der halt cool, ähm, und genau da, äh, ja, da probiere ich halt, äh, einfach dann da, ähm, das, das halt so dann, äh, mich, mich zu präsentieren, ähm, und ja, also mittlerweile macht es mir Spaß, ich glaube, ähm, dass auch das halt so ein, so ein Lehrprozess ist, äh, in dem würde auch nicht, äh, nicht alles zu jedem passen, ähm, und genau, aber da einfach so das als Möglichkeit und auch Chance natürlich zu sehen, ähm, sich selber zu präsentieren, ähm, so wie man es halt auch selber will, ich meine, letztendlich muss man ja auch sagen, so von, von ein paar Jahren, als es noch nicht die Möglichkeit gab, musste man ja hoffen, dass andere über einen berichten, und jetzt hat man ja die Chance einfach dasselbe über sich zu berichten und halt auch so in der Art, wie man es will, also ich kann ja machen, was ich will letztendlich, äh, ich kann Podcasts machen, äh, Videos, nur Bilder, ja, es gibt ja endlos Möglichkeiten heutzutage, äh, während man früher ja dann hoffen muss, dass der Text, der über einen geschrieben wird, irgendwie jetzt, jetzt nicht komplett in die Hose geht oder total falsch interpretiert wird, ähm, und das sehe ich halt eher als Chance eigentlich, ähm, und nee, also, äh, macht es mir insgesamt Spaß, aber, ähm, auch da denke ich, habe ich noch, äh, noch einiges vor mir so, ja, bin auf jeden Fall nicht, nicht abgeschreckt von. Ja, es ist interessant, auch das so einfach als Chance zu sehen, das stimmt schon. Ja, wie gesagt, ich habe ja auf Instagram gefragt, ob da Leute ein paar Fragen reinhauen wollen, und es kamen auf jeden Fall auch, äh, auch eher so wahrscheinlich eher Insider-Fragen rein, und deswegen, ich habe auch mal hier drei mitgenommen, die ich abschließend noch, äh, gerne reinnehmen würde, äh, Mika. Und zwar einmal fragt, fragt der Malte, den kennst du wahrscheinlich auch, äh, wenn du jetzt die Frage gleich hörst, und zwar der fragt, wie du denn dafür sorgen willst, endlich mal besser zu werden auf der Biermeile? Ja, okay, dann weiß ich, welcher Malte das ist. Ähm, also, da muss ich erst mal sagen, so schlecht bin ich da gar nicht, ähm, also meine Bestzeit ist immer in sechs Minuten zwei, meine ich, also, ich glaube, unter sechs Minuten hatte ich es nicht, aber sehr, sehr flache sechs Minuten, ähm, also Biermeile, für die Leute, die es nicht kennen, äh, ist halt, dass man eine Meile läuft, also 1,6 Kilometer, und alle 400 Meter ein Bier trinken muss, 0-3-3. Und ja, das ist halt bei uns so die Tradition immer, immer am Ende der Saison das zu machen, äh, und ja, gegen Malte habe ich, äh, hatte ich da noch keine Chance, ähm, also, ja, muss ich mal schauen, dass ich, dass ich das dieses Jahr vielleicht ans Ende der Saisonpause lege, ähm, und nicht direkt an den Anfang, dass ich dann noch ein bisschen davor trainieren kann, äh, und mich dann, äh, mich dann nicht von ihm noch abstellen lassen muss. Ja, dann kannst du ihn mal abziehen dann auf jeden Fall. Ja. Ja. Aber das ist da, also Standard, das machen wir auf jeden Fall am Ende der Saison immer in Wolfsburg da sozusagen, das ist so der, der Goldstandard. Sowohl in Wolfsburg als auch in Darmstadt. Ah, in Darmstadt auch. Okay. Ich weiß nicht, ja, äh, ich weiß nicht, ob das an mir liegt, dass ich da so einen Einfluss habe, aber, äh, ja, es ist, habe ich auf jeden Fall die richtigen, die richtigen Teams und Jungs mir ausgesucht, dass das da, dass die da auf jeden Fall Bock haben und da, äh, alle am Start sind. Ja, geil, ja. Das ist ein Match auf jeden Fall. Ja. Dann fragt, äh, der Jan, auch, äh, auf jeden Fall eine bekannte Persönlichkeit, Mitteldistanz-Triathlon, ähm, und zwar der Herr Stratmann fragt, äh, wie du schaffst, so viel zu essen. Also vielleicht kannst du da kurz ausholen, gibt's da Storys, gibt's da Insider, dass du da gerne mal mehr zuschlägst sozusagen? Ja, die Story ist wahrscheinlich einfach so jeder Tag mein Alltag, ähm, dass ich da, äh, ja, dass ich da echt immer ziemlich viel halt esse und, ja, letztendlich sagt's ja jeder Triathlet, dass er viel isst, aber anscheinend ist bei mir nochmal mehr, dass zumindest halt auch andere Triathleten, äh, so wahrnehmen, ähm, und ja, äh, da probier ich's halt einfach, echt mich nicht zu begrenzen, ähm, ich hab halt einfach auch so viel Hunger, ähm, also ich jetzt nicht so etwas reinzwingen muss, sondern, äh, ja, äh, ich esse halt einfach gern und, ähm, denke mir halt auch, je mehr ich esse, desto mehr Energie, äh, nehme ich zu mir und desto mehr Energie habe ich auch fürs Training übrig, also, äh, ja, und letztendlich Ernährung ist ja auch die vierte Disziplin im, äh, auf der langen Distanz, das heißt, letztendlich bin ich da auch immer am Trainieren noch, also, ja. Das ist interessant, äh, weil das hatte zum Beispiel auch der Sebastian Zeller mal kurz ein bisschen angebracht oder vielleicht habe ich auch es woanders gesehen gehabt, da ging's nämlich auch um die Norweger, dass, äh, da, die ziehen sich halt auch alles rein und gerade wenn die hart trainieren, da wird jetzt nicht geguckt irgendwie, ob das jetzt Low Carb ist oder ob das vielleicht zu viel ein, äh, kettige Kohlenhydrate sind oder was auch immer, irgendein Franzbrötchen, äh, unterwegs bei der Radfahrt, weil es zählt letztendlich irgendwie so die Energie und jetzt und sowas halt und, äh, dass, dass man sich da vielleicht gar nicht so limitieren muss, weil, ja, auch oft, ich hab's auch manchmal so ein bisschen gedacht, früher, so im Trainingslager, dass dann aber bloß nicht die Cola getrunken werden darf, so nach dem Motto, wirst du, weil dann haut man sich ja schon wieder den ganzen Schrott rein, nee, also, hauptsache die Energie kommt rein, nicht, dass man, das ist halt auch so ein Punkt einfach, glaube ich. Absolut, absolut und zum Beispiel auch so eine Verletzung, die ich jetzt gerade hab, ähm, die kann auch durch, ähm, durch, ähm, eben eine Mangel in Energiezufuhr, ähm, kommen. Ich glaube jetzt nicht, dass das bei mir eine Ursache ist, ähm, aber viele, viele andere haben das, also, es gibt ja auch dieses Red S, äh, und, ja, also, denke ich, dass ich hoffe und glaube aber auch, dass da so ein bisschen auch so ein Umdenken gerade stattfindet, auch dank der Norweger, aber auch dank, dank anderer Leute, Profis auch, die da ja, ähm, auch in so einem Bereich einfach eine Vorbildrolle für andere haben und eben halt auch mal zeigen auf Social Media, weil sie eben die Möglichkeit haben, weil es jetzt sichtbar ist, ähm, dass, dass sie halt jetzt nicht nur immer, ähm, irgendwelche Körner picken oder jetzt nur Salat essen, ähm, sondern da wird halt auch dann mal, ähm, ja, halt das gepostet, was man isst, also, es ist halt einfach so, ähm, ja, trotzdem, äh, ja, probiere ich natürlich auch jetzt, äh, mich nur nicht, mich nicht nur von sowas zu ernähren, ähm, aber, ja, ich denke, äh, da ist es erstmal wichtig, die, äh, die ganze Energie reinzukriegen und, äh, dann natürlich trotzdem möglichst gesund zu essen, aber, ja, es spricht auf jeden Fall nichts, nichts dagegen, ähm, da auch mal, auch mal was nicht, äh, nicht supergesundes zu essen. Total, ja, äh, ist auf jeden Fall legitim, äh, und noch eine leider letzte Frage und da zwar, die kommt vom Simon und, äh, wenn ich jetzt die Frage stelle, dann weißt du auch genau, weil, glaube ich, wer gemeint ist, wie gut du Minigolf spielst? Oh, oh, äh, besser als Henry, auf jeden Fall besser als Henry, ähm, vielleicht schlechter als Simon, aber ich glaube, das ist ein Gerücht, ähm, äh, ja, also ich glaube, ich habe da auch Storys gesehen gehabt, ob das hier irgendwie ein Fuerte oder wo war das mal, auf Mallorca oder so, habt ihr ja auch gezockt? Ja, Fuerte, ja, ja, also ich würde sagen, ich spiele selber sehr, sehr gut, ähm, Simon spielt noch einen Tucken besser vielleicht, ähm, aber, ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, ja, du beschränkst dich dann lieber auf Swim, Bike, Run, auf jeden Fall. Nee, aber mir, also ich mag, äh, ich kann Minigolf auf jeden Fall auch, äh, feiere ich eigentlich auch ganz gerne mal zwischendurch, so einfach just for fun. Ja, aber auf jeden Fall interessant, äh, dass, äh, da auch die kleinen Wettkämpfe ausgetragen werden, halt, zwischen den Trainingseinheiten. Klar, klar. Ähm, Mika, ich würde sagen, wir machen hier einen Punkt, ähm, ja, ich, ich, ich bedanke dich auf jeden Fall, also es war echt, ähm, cooles Gespräch, hat mir echt Spaß bereitet und, ähm, ja, ich wiederhole mich da gerne, also, ich finde das echt klasse so, auch, dass du das so, ja, transparent einfach auch teilst, weil, wie du schon sagst, ähm, dass das eben auch für andere, oder, ja, wie du schon sagst, du würdest es gerne auch selber wollen, von anderen vielleicht so, da auch Anteilnahme zu nehmen und halt auch da Bescheid zu wissen und dass das auch so ein, ja, ich finde auch irgendwie diesen Vorbildcharakter hat, äh, und ich glaube, äh, ja, also ich drücke dir auf jeden Fall krass die Daumen und ich hoffe alle anderen auch. Und, ähm, ja, dir, dir gehören auf jeden Fall die letzten Worte noch. Ja, also erstmal auch vielen Dank, äh, fürs Gespräch, war echt cool. Und auch, ja, vielen Dank für die, für die Genesungswünsche, ähm, ist auf jeden Fall, freue ich mich echt über jeden, der sich da bei mir meldet, ähm, hat es auch, wie gesagt, echt nochmal, nochmal einfach gemacht und mich auch daran bestätigt, dass das, dass es, äh, gut war, das zu offen zu kommunizieren, ähm, und ich hoffe, dass ihr da dann demnächst auch wieder von mir hören werdet, also, ja, äh, ich will da natürlich jetzt, äh, die Leute auf jeden Fall auf den Laufenden halten, wie es jetzt, wie es jetzt weitergeht. Ich hoffe mit positiveren Nachrichten, ähm, dass es jetzt nicht allzu viele Rückschläge gibt, ähm, aber ich denke mal auch, da wird es kleine Rückschläge mal geben und nicht nur, ähm, äh, super straight nach oben, nach oben gehen in der Genesung, ähm, aber, ja, ja, also auch das werde ich da halt teilen und, ähm, ja, hoffe, dass, ähm, hoffe, dass das, äh, anderen Leuten vielleicht hilft, ähm, wie auch immer. Danke euch fürs Zuhören und dann bis bald irgendwann mal wieder. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao. Also ich glaube, viel brauche ich hier zu Mika nicht mehr kommentieren. Ich denke, in den vergangenen knapp 90 Minuten hast du einen ziemlich guten Eindruck davon bekommen, wie Mika so tickt. Und wenn du, äh, bis hierher zugehört hast, dann bist du auf jeden Fall auch so ein heavy Consumer, wie Mika es ja auch zugegeben hat. Fand ich auf jeden Fall auch sehr sympathisch. Da zieht man sich halt schon mal den neuesten Vlog rein oder die Podcast-Folge, weil, ja, weil es halt auch irgendwie ein Lifestyle ist und man das lebt. Vielleicht machen das ja auch andere, nur wollen es irgendwie nicht zugeben, weil das irgendwie, weiß ich nicht, uncool ist oder so. Ja, dass man sich da so als Fan outet, äh, ist ja nichts dabei. Trotz dessen, dass man in dieser professionellen Pro-Rolle steckt oder wie auch immer. Sehr spannend fand ich hier auch, dass er die Szene verfolgt, wie gesagt, auch mit Social Media und sich daraus seinen kleinen Wettbewerbsvorteil gestrickt hat, dass er eben genau wusste, okay, wer hat wo mal Fehler gemacht und das genau einordnen konnte und dann eben, ja, diese Fehler dann im Zweifel nicht mehr machen muss. Das fand ich auch sehr amüsant, da auf diese Art Social Media für sich zu nutzen. Und auch Mikas Ansicht zur Transparenz, also beispielsweise im Umgang mit Verletzungen und deren Bekanntgabe, fand ich eben auch sehr, sehr spannend, weil er da aus seiner Perspektive rauszoomt und sich überlegt, hey, wie würde ich mir das eigentlich wünschen, wenn sich ein Athlet oder eine Athletin X verletzt und das nun, ja, irgendwie kommunizieren muss, wie würde ich das gerne erfahren und eine kleine Zeit noch dazu, das ist wahrscheinlich jetzt nicht ganz so relevant, aber eher unbewusst auch, spielt hier auch noch das mit rein, dass es eigentlich auch eines der wichtigsten Skills ist im Marketing-Journalismus-Bereich, dass man eben hier genau schaut, okay, wie könnte das bei meiner Zielgruppe oder meiner Followerschaft ankommen, also was kommuniziere ich und wie wird das empfangen? Das ist ja auch ein sehr bekanntes Kommunikationsmodell und da sich darüber Gedanken zu machen, ist vielleicht auch gar nicht so unwichtig. Wir hatten das Gespräch letzte Woche aufgezeichnet und wie Mika schon meinte, du kannst dich gern bei ihm melden, wenn du eine Frage hast und wenn du Mika noch nicht folgst, dann findest du den Link natürlich in den Shownotes oder such einfach mal Mika, wie sein Name, N-O-O und zweimal die Null. Jo, das war's für heute. In zwei Wochen haben wir hier wieder eine Athletin zu Gast. Wer das sein wird, kann oder darf oder will, ich dir heute noch nicht verraten. Die Spannung muss ja auch noch ein bisschen gewahrt bleiben. Also check einfach Instagram aus für alle Teaser der kommenden Watteslos-Podcast-Talks und dann hören wir uns. Also bis dahin, eine gute Zeit und bis in zwei Wochen. Ciao, ciao.